Sieh noch mal. Skill Arena. Hallo Leute, willkommen zu Skill Arena. Wie geht's euch? Wir spielen heute Kingdom Come Deliverance und ich verprügel ihn und ihn. Und wenn ihr nicht gleich auch irgendwas Gutes tut für eure Mitmenschen, dann verprügel ich euch auch. Also bleibt dran, Skill Arena. Hallo, wie geil. Hallo, wie geil. Ihr Penner, ey. Wieso? Was? Ja, weil ihr meine Gegner seid. Ja? Ja. Du bist auch ein Penner. Du auch. Oh, das geht schon gut los. Ihr seid richtige Penner. Ich bin heute richtig wütend hier hingefahren, weil ich bin ganz froh, dass Densley jetzt die Anmoderation gemacht hat, weil die letzten Male habe ich das ja mal gemacht und letztes Mal hat die mir richtig reingelabert und da bin ich die ganze Woche noch wütend gewesen. Jetzt habe ich Energie, so richtig sauer auf euch zu sein und euch so richtig zu zersmaschen. Wo haben wir die reingelabert? In meine Anmoderation. In meine Anmoderation? Die so gut war. Nennst du das Anmoderation? Ja, wirklich? Was hast du denn für eine Tulli-Sache, Alter? Ja. Was habt ihr für Gründe, sauer zu sein? Ich? Mir geht's gut. Danke. Ich will ja die Gründe noch haben, warum ich sauer bin. Gib mir Gründe, sauer zu sein. Gib sie mir endlich. Ja, du musst ja auch gar nicht sauer sein. Du liegst blöderweise vorne. Gib mir die scheiß Gründe. Übrigens, ich weiß, wo wir Panzer fahren. Das glaube ich aber lame. Warst du was? Panzer fahren? Nee, aber ich habe mir rausgerufen, wo es ist im Nachbarort von meiner Geburtsstätte. Da kann man das machen. In Fürstenau. Shoutout. Der ganze Panzer fahren. Fürstenau bei Quakenbrück? Ja. Natürlich kenne ich das. Für Große und Kleine. Da kannst du Panzer fahren. Da kannst du Panzer fahren, alles machen. Alles, was mit so Beschäftigung durch Maschinen und so zu tun hat. Das kannst du alles machen. Mega. Beschäftigung mit Maschinen? Das hört sich am super. Das ist eine gute Sendung. Beschäftigung mit Maschinen. Okay. Ja, wir gucken mal. Du musst erst hinkommen. Das ist weit von Hamburg, Leute. Aber wir schauen mal. Ja, das kriegt man irgendwann mal hin. Ey, Denzel, wie geht's dir? Was geht ab? Ich bin jetzt gerade sozusagen fertig. Hab euch alles vorbereitet. Nämlich King Come Deliverance heute. Wir haben's schon kurz gesagt. Ihr kennt das Spiel. Erst mal als kleine Frage. Du, Walas, schon gespielt? Ja. Ich kenn es, aber ich hab's noch nicht gespielt. Aber es ist kein Problem. Uh, vielleicht doch. Okay. Na, guck mal. Ist eigentlich kein Problem. Denn, ähm, wir haben natürlich wieder eine Tafel mit 25 verschiedenen kleinen Aufgaben drauf. Da können wir gerne mal einen Blick drauf werfen. Dann spreche ich die mal ganz kurz an. Eigentlich selbsterklärend. Ne, finde eine Latrine. Ne, da setzt du dich kurz drauf. Töte vom Pferd. Ist klar. 20 Obst und Gemüse finden. Friss dich fett. Da gibt's so ein Icon, wenn man überfressen ist. Ja, da, darum geht's. Erlege ein Tier. Ist klar. Wasch dich. Geh in Puff. Ess aus einem Topf. Kacke. Nein, äh, Knacker. Ha, 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 ha. Ja. Knacker. Ha, 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 ha. Knacker. Oder, such's dir aus irgendwas mit einer Truhe. Schieß ein Pfeil ins Knie. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Da hat er zugesagt. Manchmal kann man bei King & Come Deliverance NPCs, die keine Wachen sind, nicht angreifen. Das ist seltsam. Manchmal geht das, manchmal nicht. Oh, okay. Das fand ich seltsam. Manchmal fliegen die Pfeile da durch. Ne, ich würd den schon gerne da stecken sehen. Aber im Endeffekt entscheidet der Chat, ne? Knockout von hinten. Das ist das, ähm, ungesehene Ausknocken. Ah, ja. Wie das in Spielen so ist. Trink ein Bier, knack eine Tür, lies ein Buch, sei Duden, ne? Duden, äh, sag ich denen noch mal dazu, ist nordisch für Betrunkensein. Geh ins Gefängnis, ne? Wie man dahin kommt, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Schleifstein benutzen, pflücke ein Kraut, ist auch klar. Falle vom Pferd, finde einen Schatz. Oh. Dazu sei noch gesagt, es gibt Schatzkarten in eurem Inventar. Ah, ja. Ah, ja, ja. Wir spielen einen Charakter, der schon viele Stunden da drin verbracht hat, dementsprechend auch einige Skills schon hat. Und ganz unten hab ich mir einen kleinen Spaß. Ich sehe das schon. Hammer. Ja, weil ich hab nämlich super viel Spaß bei King & Come Deliverance am Stehlen von Dingen, die mir nicht gehören. Gibt's auch Skills für. Und dementsprechend gibt's auch fünf Punkte diesmal für. Ihr müsst fünf verschiedene Leute bestehen. Für jeden gibt es einen Punkt. Aber einer, der auf dem Kopf steht? Also der andere... Es ist gut, dass dir das aufgefallen ist. Danke. Das ist einfach nur ein kleiner Gag von mir. Ein kleiner Gag von mir. Genau. Ich liebe diese Gags. Bitte schön, bitte schön. Wir haben herzlich gelacht. Applaus! Applaus! Der Jörg in der Regie fand den eben auch schon nicht lustig. Was ist los hier? Macht doch euren eigenen Witzel! Ne, der Typ ist aber geil! Willst du den echt ganz okay? Hört rassend richtige Aussagen. Okay, das ist super. Absolut richtig geil. Hier, pass auf. Ähm, und zwar würde ich gerne die Schwierigkeit beim Taschendiebstahl noch ein kleines bisschen erinnern. Und zwar müsst ihr ihn komplett leer stehlen. Ah, okay. Ich zeig euch gleich vielleicht einmal, wie man noch einmal Taschendiebkunst betreibt. Weil das ist gar nicht so einfach. Okay. Und wenn ihr das dann habt, dann seht ihr gleich, was ich damit meine. Die Leute haben nicht verschiedene Sachen in den Taschen. Und man weiß bei King & Come Deliverance manchmal nicht. Was ist denn da an der Tasche? Du musst erst durchsuchen und so. Und das zeig ich. Das ist mega gut. Ey, ich hab eine Frage. Ich hab gerade gegessen. Dann sieht man das noch. Muss ich mir den Curry-Ketchup aus ... Ich finde wirklich, du siehst sehr gepflegt aus heute. Ich hab sofort gedacht, dass ich reingekommen bin. Jetzt mal eilig zu sehen? Ja, guck mal. Nee, da, da. Ich war nämlich beim Lüttengrill. Oh, schön. Der gute Herr ist ja vor zwei Jahren gestorben. Und durch Corona, glaub ich, der ... Wie gibt's den Laden wieder? Der war ja eigentlich zu. Neue Inhaber, neue Farben, alles neu. Ah, okay. Auch die Wände sind weg. Da waren die ganzen Zeitungsausstände. Die haben gestrichen. Die sind jetzt überhaupt nicht mehr fertig. Und da kleben keine Fliegen mehr dran und alles. Oh, lame. Von daher fliegt der hier raus. Egal. Du siehst auf jeden Fall sehr gestriegelt aus. Das gefällt mir sehr, Denzel. Sehr schön. Vom Pferd töten heißt ... Ich bring jemanden um. Vom Pferd. Vom Pferd, genau. Beritten. Ein Niederstreck beritten. Ist das jetzt ... Ah, ja. Ja, ist noch ein bisschen da, aber das geht während der Sendung. Das ist Curry. Erzähl mir nicht, dass ... Yes! Das ist Fieber in die Bär. Das zieht so langsam weg. Yes! Das ist gut für die Haut, hab ich gesagt. Ich hab Denzel schon mal vor der Elf hier gesehen und dachte, hier so einen gelben Fleck gehabt, hat er doch nicht gemerkt. Heute bist du noch gut davon abgekommen. Hast du da auch einen Fleck? Guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mal. Da, du hast auch einen Fleck. Wo? Das ist meine dreckige Haut. Schalt ab. Schalt ab jetzt. Mann. So, jetzt aber mal hier wieder zurück zur Sendung, weil ich hab eine Frage und eine Beschwerde. Eine Frage ist ... Wie fällt man denn vom Pferd? Das ist ... Okay. Wird nicht beantwortet. Beschwerde ist ... Ich bin ja wirklich traurig, dass es nicht die Aufgabe gibt, irgendwie verdiene 20.000 Gold oder so. Also es gibt einen Glitch in dem Game, wie man mega viel Geld macht und den hätte ich gekannt. Echt? Ah, den musst du am Ende verraten. Ich sag dir gerne. Verrate gerne. Und ganz ehrlich, ich hab das drin, aber das hätte man ja durch Klauen eh gekriegt oder durch Cheapen, so wie du. Oh ja. Ich hab richtig Bock. Und weißt du, was ihr beiden wissen solltet? Ah. Die Leute zu Hause, die feiern diese Sendung mittlerweile richtig dolle. Wirklich. Es gibt bei YouTube-Kommentaren, da gibt es so eine Kommentarfunktion. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ja? Nein. Da kann man seinen Senf dazugeben quasi. Du weißt schon, wie am Mund so. Kann man es auch da reingeben. Und das Feedback ist überzeugend. Das hat mich sehr abgeholt. Ah. Fand ich ja übrigens auch. Sehr dankbar. Sehr nette Kommentare. Kann man auch mal Danke sagen an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Danke. Ich freu mich auch sehr auf die heutige Sendung, weil dieses King & Come Deliverance, du hast es auch gesagt. Ist doch ein geiles Spiel. Ist ein super Spiel. Und als ich's vorbereitet hab, um die lustigen Sachen rauszusuchen, hab ich so viel Bock verspürt, das nachts. Du hast selber meine Saves gesehen. Vor vier Uhr ist da kein Save bei mir. Nachts war wohl gemerkt. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und Krogi, du wirst es heute auch kennenlernen. Ja, ich freu mich sehr drauf. Wirklich. So, wir springen jetzt rein ins Wheel of Names. Und los geht's. Wer fängt denn hier an? Wer fängt denn hier an? Wer fängt denn hier an? Am besten nicht Krogi. Ja. Aber es fängt an Walensky. Ich fang an. Okay. Okay, Walle fängt an. Verrückt. Oh, mir fällt mein Funk runter. Während wir uns umsetzen, noch eine kleine Ergänzung. Wir starten immer um Ratai herum. Ratai ist eine der bekanntesten Städte im Spiel. Jeder, der es gespielt hat, hat viel Zeit am Anfang in Ratai verbracht. Ja, das stimmt. Das ist die mit den großen Burgmauern, die so ein bisschen lang gezogen ist. Und wir starten immer unten bei dem Müller, bei dem man sich immer aufhält. Wo die nette, wo das Mädel, ich hab vergessen ihren Namen, weißt du? Hm, Theresa. Heißt sie Theresa? Ja. Ich hatte ein Date mit ihr. Hast du ein Date mit ihr? Endlich mal wieder. Mittelalter Date. Genau. Schönes Ingame-Date. Dazu bin ich noch fähig. So, jetzt wo ich an diesem Platz hier sitze. Haltet mal kurz eure Fresse. Willkommen bei der Skill-Arena. Bah! Hast du nicht mehr geschafft. Hast du nicht mehr geschafft. So, im Endeffekt sind wir startbereit, oder? Ja. Lass noch eine Sache. Es ist nachts. Oh. Wenn du willst, dass es Tag ist, direkt vor dir ist ein Bett. Also das ist die freie Wahl. Ja. Und ich glaube, du bist komplett auch in Rüstung, wenn ich jetzt den richtigen Speicherstack bekommen hab, du bist komplett in Rüstung ausgerüstet. Mhm. Vielleicht als Tipp für euch beide noch, wenn ihr stehen wollt, macht das nicht in Rüstung, Du klipperst, ja. Das ist vielleicht ein bisschen laut mit so einer Hanisch. Oh, ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja, verstehe. Deswegen, und ihr habt direkt vor euch eventuell ein ... Ach nee, gar nicht. Was ist nochmal eine Latrine? Das ist eine Toilette. Ah. Ich mag das, dass du so einen schönen Sprecher angewandt hast für die Aufgaben. Find ich auch gut. Du wolltest dich ein bisschen absetzen von uns, das gefällt mir. Ja, ich wollte auch so Sachen wie Niederstrecken und sowas eintragen, aber das war dann zu lang und dann hab ich doch töten genommen und so. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall, dass du da schön nochmal ins Mittelalterliche reingegangen bist. Ja, und kannst du gesehen, ich hab Tassendieb umgedreht. Ja, das war ... Ja, klar, das war wirklich. Das war ein guter Gag. Komm, zieh was durch. Kannst du mir mein Kaltgetränk rüber rein? Na klar. Dankeschön. Boah, ist das kalt. Jetzt zählt mich runter. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Drei. Eins. Tours. Gut. Okay, los geht das hier. Ähm, hier ist aber sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Das mit dem Schlafen ... Ich soll das schon immer spielen, dieses Spiel. Wirklich. Genau. Ich mach das aber tatsächlich jetzt. Wie kommt man ins Inventar und könnte theoretisch eine Fackel? Das ist mit so dunkel. Äh ... Weil er schläft bis elf. Nee. Ich bin eher so ... der Frühaufsteher. Das ist ja schön. Kann also auch viel Zeit damit vergeuden, indem man schläft. Ja. Mit echtem Leben. Ja, vor allem die letzte Stunde. Die musst du jetzt noch mal besonders lang warten. Ja, das stimmt. Die letzte Stunde, das ist ... Dann macht er auch Snooze jetzt. Eine halbe Minute und dafür gibt's noch nicht mehr einen Punkt. Ob das die Master-Strat ist, ich weiß ja nicht. Jetzt hast du Tag. Jetzt siehst du besser. Schlau. Und ähm ... Jetzt speichert er sich aber hier erst beim Wolf. Ich hab irgendeine Quest abgeschlossen. Ja! Aber es zählt, glaub ich, nicht. Ratai. Genau, du bist in der Nähe von Ratai. Wie gesagt, ich würde dir raten, nach Ratai zu gehen. Wieso schläfst du denn bei Müller hier? Nee, ich hab aus Versehen den falschen Speicherstand. Ach, guck mal, das ist gar nicht bei Müller. Kurzer Service-Wunsch in Regie. Könnt ihr ein kleines bisschen Musik geben vom Spiel? Das wär megageil. Sorry. Okay, Walle nimmt das Pferd, um schnell zu einem Ort zu reisen. Aber ich weiß gar nicht, was ... Hier rechts nach Ratai, genau, da kommst du nach Ratai. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich will aber noch kurz essen. Essen aus dem Topf, da war doch ein Topf. Nee, den gibt's auch bei Müller. Nee, ich reit jetzt los, Leute. Keine Zeit verlieren. Geschwind, geschwind. Aber dann war auch kein Anyway. Ich hab die Steuerung auch nicht mehr drauf. So, ich hab mein Schwert in der Hand. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Valentin will als erstes jemanden niederstrecken. Der lebt doch, der muss sterben. Der lebt wirklich. Der muss sterben, der muss sterben. Der läuft jetzt weg. Mann, der Feigling. Der Feigling, der will nicht sterben? Was ist das für ne feige Sau? Da kommt schon die Wache. Scheiße. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ja! Ja! Schöner Punkt. Ein Niederstreck. Die Wache hat dir ne Schwert weggesteckt und ist jetzt völlig cool damit. Weil der ist ja tot. Ja. Ja, richtig so. Was soll die noch machen? Was soll die machen? Die kann ja nichts mehr machen. Okay. Diese Wache könnte dich übrigens vom Pferd holen, weil das ja die Frage war. Ah! Aber ne, das ist mir jetzt zu früh. Weil nachher macht die mich dann komplett fertig und dann kann ich mir ne anderen Aufgaben nicht mehr erledigen. Ja. Genau. Deswegen, als Klein für dich, ich würde das nicht als erstes machen. Ne, war alles gefährlich. War auch gar nicht so schlau, aber man muss ja mal was wagen. Man muss ja sich hier nicht nur beweisen mit den Punkten, sondern auch den Leuten zeigen, dass man mal ordentlich ein Risiko eingehen will. Warte, was hast du denn jetzt vor? Weil für mich ist interessant, du reitest einfach irgendwo hin. Ich kenne mich sehr gut aus auf dieser Map. Ah, okay. Naja. Ich führe dich gleich. Du weißt genau, wo die Bordelle sind, das verstehe ich. Ähm, ja. Aber auch nur das. Sonst habe ich alles vergessen. Das ist klar. Da vorne ist Ratai. Ist nicht weit. Genau. Und auf dem Weg dahin gucke ich mal, was könnte er denn machen. Oh, er könnte einen Schatz finden. Wie gesagt, die Karten dazu findest du im Inventar. Ach, auf dem Weg hätte ich das schon machen können. Okay. Aber ne, ne, ich hab ähm. Aber ihr müsst jetzt alle immer nachher teilreiten, ne? Ja. Dadurch, dass ich sie jetzt versaut hab, ähm, machen wir die nächste Runde dann mit einem anderen Speicherstand. Ja, okay. Sehr gut. Weil ich hab etwas unterschätzt, wie weit dieser Weg nochmal gleich war. Oder wisst ihr was, Regie, können wir vielleicht dem Walle zwei extra Minuten geben und dann starten wir gleich mit dem richtigen Schritt. Oder ne, fuck it. Komm, nachher find ich den gar nicht mehr. Ja, genau. Machen wir, haben wir ja fast jedes Mal jetzt gemacht, dass wir ein bisschen die Regeln in der zweiten Runde dann angepasst haben. So, aber jetzt bin ich bei Müller, da wo man eigentlich starten würde. Wann hast du das letzte Mal gespielt, dass du das noch weißt? Wirklich, das ist unfassbar crazy. Ich hab ne krasse Orientierung einfach. Krass. Du bist, ohne auf die Map zu gucken. Genau. X ist fair drauf. Okay. Sehr komische Taste, by the way. Da gab's noch einen Topf. Nein, der Topf war, wo war der Topf nochmal? Ach, ich weiß. So kann man hier irgendwas machen. Der Topf ist nicht weit. Ah ja, der Topf war drin, genau. Der Chat fragt, wie das Spiel heißt. Das ist Kingdom Come Deliverance. Korrekt. Tolles RPG, muss man sagen. So ein bescheuerten Namen. Du hast einen Topf gefunden. Und ich hab auch, ich hab zwei Punkte. Ich hab was gegessen und ich bin sehr fett geworden. Nee, du bist noch nicht ganz fett. Du bist nur gut genährt. Das muss jetzt voll sein, dann bist du fett. Ah, okay, warte mal. Man kann sich ja hier, war das nochmal die Buffs und Debuffs, Spieler? Wo ist der Punkt mit dem Topf? Wo haben wir den? Die Junge war das noch. Ah ja, okay. Buffs hier. Überfressen. Ach so, das muss voll sein. Komplett orange ausgefüllt. Ja, das muss einmal voll sein, dann bist du... Krass, Junge. Aber kannst du nicht nochmal einen Topf? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, es geht nur einmal pro Tag oder so. Ach so, okay. Ähm, warte mal, was war der Punkt davor, den Walle schon hatte? Strecke nieder, ne? Ja, vom Pferd. Ja. Ah ja, okay. Nummer zwei. Du hast zwei Punkte, Walle. Das ist nicht schlecht. Ich bin aber doch zehn Punkte, Walle. Zehn Punkte, Walle. Und Walle hat nicht gelogen. Er weist tatsächlich aus dem FF den Weg in den Puff. Wirklich? Der ist ja auch nicht weit. Ja. Der ist ja auch nicht weit. So, und es gibt auch ein Bad-Name oder so, ne? Wasche dich, genau. Wasche dich, genau. Wasche dich, genau. Genau. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten, dich zu waschen. Man kann nämlich hier, ähm... Ich bin an euren... Ich bin in den Dienst interessiert. Man kann nämlich direkt alles kombinieren. Man kann die Klamotten waschen lassen, den Körper und sich dabei ein bisschen durchvoltigieren lassen. Ne, wassen lassen, den Körper. Guck mal. Ich glaub, Bumsen ist nochmal separat. Oder? Moment, ich check's auch grad noch nicht. Es gibt kein All-Inclusive. Aber stimmt, es gibt doch kein All-Inclusive. Das hab ich falsche Erinnerung. Upsi. Ich glaub, ich kann so gucken wie der Typ übrigens. Ja? Warte. Ich brauch einen Arzt, der meine Wunden versorgt. So, das Schöne ist meine Klamotten, die jetzt vom Regen ja auch sehr dreckig sind. Die werden jetzt auch mitgewaschen. Du wirst es nicht bereuen. Ja, wasch deine Klamotten. Okay. Hast du das gemacht? Dauert das eine Stunde? Genau. Gewaschen hab ich jetzt. So ähnlich? Ne, du sollst dich waschen. Ja, hab ich auch gemacht. Ich hab jetzt volle Waschprogramm gemacht. Volle Waschprogramm. Hast du dich gewaschen? So, das sieht man auch. Alles so hier ein bisschen um die Brust drum, was schöner. Okay. So. Und jetzt würdest du gerne auch die Dienste der Zubermädchen beanspruchen. Genau, jetzt bin ich ja super clean. Jetzt kann ich auch mal fragen. Jetzt ist es nicht mehr so peinlich. Ich hätte gerne ein Mädchen und alles was dazu gehört. Aber beim Spiel, was wir bisher gespielt haben, gab es diese Option, oder? Was ist eigentlich in dieser Welt der Videospiele los? Die scheinen bändig dominiert. Ja, na sowas. Entertainment, ne? Alles Entertainment. Das ist Fernseher. Entertainment. Entertainment-Programm. Ich bumms gern. So, komm. Wie, du schläfst noch? Ach so. Ja, dass auch Bumsen dauert. Ehrlich? Stimmt, ja. Ja. Ich brauch dafür eine ganze Stunde. Jetzt haben wir es gesehen. Okay. Jetzt bin ich, ach guck mal, hier haben wir geschlafen. Geschlafen. Gut, ähm, wie komm ich hier wieder raus? Seit wann macht man das denn drin? Ja, das kenn ich auch noch nicht, du. Ich mach das immer hier draußen. Ich auch. Kann man direkt draußen Beischlaf haben, oder was? Ja, normalerweise wird der Bildschirm schwarz und dann stehst du wieder da. Dann ist sexy time, ja? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich neu. Ja. Es ist sehr viel dazugekommen, hab ich gemerkt, als ich es wieder angeschmissen hatte. Und, ähm, okay, aber das sind gute Punkte, wirklich, du hast vier Punkte. Vier Punkte, ja. Vier, ich bin am Staunen. Alle, ich bin am Staunen. Und da sind die Burgtore von Ratai. Das Ding ist, man kann das jetzt ja wieder einfach nachmachen, aber es ist die Frage, ob ihr das mit der Orientierung euch so top gemerkt habt. Ich hab gar keinen Plan. Diesmal wird es nicht klappen, also bei mir nicht mit nachmachen. Oh, noch ein Topf. Was? Phrasen. Phrasen. Und, 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 und. Und wie voll ist er? Ich hab, das ist weg. Zeig mal, heißt das, du bist vollgefressen? Das gucken wir jetzt mal. Ups, ich hab mich verdrückt. Ähm, b, 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 b. Spieler, Buffs, Platzhirsch. Platzhirsch. Ist das vollgefressen? Ne, ne? Ne, wahrscheinlich ist es dahinter oder sowas. Keine Komplik. Ja, ansonsten kriegst du später. Okay, ja, weil das ist jetzt auch einfach verschwunden dadurch, dass ich gegessen hab. Äh, ihr habt's ja eben gesehen, das Schwein war eigentlich noch da und jetzt ist es nicht mehr da. Aber ich kann noch einen Topf, äh, essen. Was gibt's denn noch hier? Schönen Topf essen. Kleine Truhe. Kleines Knie. Kleine Tür. Lies ein Buch. Scheiße, das hätt ich doch. Warte mal. Vielleicht hätt ich ein Buch dabei. Ähm. Was ist sonstiges? Hier, das sind doch Bücher. Mythen der Rhetorik. Ja. Wie liest man ein Buch, Walle? Och, er liest es einfach hier. Das geht ja auch. Schön auf dem Pferd. Ganz entspannt. Der Regen. Das hattest du dabei? Ja. Ja. Jetzt lerne ich noch Rhetorik. Ah, ich werde aber natürlich schon lesen. Ausgelesen. Ja, das ist komplett neu. Er kriegt einen Punkt fürs Buch. Ich dachte, das kann man nur im Bett machen. Da muss man sich hinsen. Schmolle schreibt, dass natürlich auch sexy time ein bisschen Energie verbrennt. Vielleicht hast du da was auch. Stimmt. Ach so, Kalorienverbrauch. Stimmt. Das versucht bei mir ja seit Jahren beizubringen, wie das funktioniert. Warte mal, dann suche ich doch noch einen weiteren Topf. Oh. Sehr gut. Schwoller Zahn. Jetzt wissen wir, warum du so dünn bist, Walle. Ja, genau. Das Schwein ist verschwunden, weil er beim Vögel Kalorien verbrannt hat. Schreibt hier Rob Otter. Ja, jetzt habe ich den dritten Topf in Folge gegessen. Ich glaube, damit kann es nichts zu tun haben. Aber es gibt es nicht auch eine Kalorienanzeige eigentlich? Walle der Stecher. Kalorien selbst nicht nur. Es gab aber hier sowas wie Sattheit. 99, genau, das ist so voll wie es geht. Ne, Sattheit bis 100, also bist du einfach satt. Und darüber hinaus bist du vollgefressen, wenn du mehr isst als 100. Aber ist die dann auch auf 120 oder so? Keine Ahnung, versuch doch mal einfach essen. Ja, ich habe jetzt schon den dritten Topf gegessen. Aber gut, dann mache ich mal nach. Ja, dann kriegst du einfach den Punkt. Was? Ja. K.O. schreibt ja. Was hat er da vor für einen Punkt geholt nochmal? Ja. Vor dem Lesen. 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 Wo ist das? Ach, da. So, jetzt. Habe ich echt viel Zeit verschwendet schon, aber. Du hast schon fünf Punkte, das ist super. Das ist wirklich super. Das ist doch zwei Minuten 17. Weißt du, was mich wundert? Aber ich sage es glaube ich erst danach. Das Walle zieht sich aus. Ja. Ah, dann hat er was vor. Ne, just for fun. Ich bin gern nackt. Klar, aber du hast noch was vor. Weil mehr als 100 seid ihr überfressen steht hier. Na gut. Es gibt einen vollgefressen Status, der ist es wohl auch noch nicht. Genau. Ja, den hatte ich ja sogar auch schon. Ja, dann kriegst du den Punkt. Dann kriegst du den, wenn du den schon hattest. Aber der Chat wird es eh validieren. Sind wir ja. Der Chat validiert. Also da müssen wir. Validieren ist schön. Da brauchen wir gar keine Macht auslegen. Hier regt es zu viel. Hier sind zu wenig Bürger on the street. Ja, es ist ja schlechtes Wetter. Scheiße, ey. Die sind alle Netflix. Die Wachen. Ne, eine Wache zu beklauen ist nicht das Schlauste unbedingt. Ja wirklich, hier Netflix in chill gab es schon im Mittelalter. Ich glaube, Valid will jemanden ausrauben. Raub den Hund aus. Gibt es einen Hundepunkt? Nein. Seien der was in den Taschen. Also es gibt den Punkt, er lege ein Tier. Aber ich würde mir zweimal überlegen. Also du hast die Auswahl, welches Tier du erledigst. Deswegen musst du nicht den Hund nehmen. Exakt. Die wird es nicht merken. Oh, das muss ich noch mal kurz sagen. Du musst gedrückt halten. Ja. Und dann läuft das durch. Und du siehst es grün und erst wenn es rot wird, so viel Zeit, wie da läuft, hast du gleich zum Taschendieb. Und es wird grün bleiben. Deswegen wirst du 30 Max haben. Und jetzt mit A und D nach rechts und links. Und mit E öffnen. Ah, ja, ja. Mit E nehmen. E weiter. Nochmal E. Genau. Jetzt hast du es. Und du musst alle nehmen. Okay. Hast du es auch gesehen? Ja. Du gehst mit A und D nach links und rechts. Und dann musst du E zum Erforschen. Und jetzt auf die Tür. Und dann wieder raus. Ja. Du hast also die Hand die ganze Zeit im Raum drin. Genau. Du musst jetzt gucken, was das ist. Und dann am Ende auch wieder raus. Klassische Diebstahl-Situation. Ey, das ist mega cooles Taschendieb. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Das ist eine kleine Challenge. Nein, das ist schon geil. Es ist schon geil. Okay, laden. Warte mal dann. Aber ich darf mein Kram wieder wegwerfen. Du darfst alles wegwerfen, ja. Das ist ein richtig frecher Langfinger, du. Endlich frecher. Okay, du hast die erste Person. Ihr Schlingel. Oh nein, den Bogen wegwerfen wir richtig dumm. Ich glaube, das ist zwei Bögen. Oh, das war's schon. Oh, die Zeit ist schon auf. Die Zeit ist auf Time. Oh. Aber schon ist gut. Willst du mich gar nicht verarschen? Ich frag dich mal. Wie bist du denn mit deiner Leistung zufrieden? Ähm, ja, ich hab so ein bisschen langsam rumgedödelt. Teilweise, muss ich schon sagen. Aber ist ja auch ein bisschen ... Ich wollte das ja auch alles einordnen, was ich da mache. Mal so ein bisschen zeigen hier. Ja. Muss ja erstmal warm werden. Ganz ehrlich, ich bin mal eindruckt, wie schnell du diese Orte gefunden hast. Ich muss aber auch sagen, ich hab das Spiel tatsächlich sehr viel gespielt. Also, ich bin ein bisschen OP. Es wär, äh, ja. Es wär ein bisschen low, wenn ich nicht gewinne. Beziehungsweise, wenn wir beide gegen Kogi verlieren, dann sollten wir uns ganz ernst auf die Gedanken machen. Ihr müsst euch eh schon ganz viele Gedanken machen, ja? Ja. Also, ich hab drei Punkte. Ich wollt's nur mal sagen. Ihr müsst euch richtig Gedanken machen. Werte Gaming-Redaktion. Weil er hat fünf Punkte angesammelt. Er hatte ein Pferdekill, das Wasch-Dich, Puff-Besuch, Essen aus dem Topf, Lies ein Buch und Taschendieb bekommen. Und jetzt wechseln wir zum Rad der Drehung. Rad der Drehung. Ganz kurz mal kurz, weil sich hier immer beschwert wird. Äh, von wegen, die Aufgabe war nicht klar und so. Dieses, äh, frisst dich fett. Ja, das stimmt, wenn man Sattheit über 100 hat. Und wir haben ja gesehen, ich hatte das Schwein. Da hast du dann gesagt, aber das muss voll sein. Aber das muss gar nicht voll sein. Ja, der hat mich gehört. Das zeigt nur an, wie lang es noch braucht, damit du wieder nicht mehr überfressen bist. Aber Dennis hat sich jetzt entschuldigt bei dir? Ja. Doch, hat er. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann muss das auch okay sein, Walle. Entschuldigung. Ist okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Na gut, weiter geht's jetzt hier. Okay, ich dreh, ich dreh das Rad. Drei, zwei, eins. Und Walle. Nochmal. Do it again. Ist das fair? Do it einfach again. Ich würd sagen, es gibt einfach nur Punktabzug. Okay, nochmal. Okay, ich dreh. Oha. Oha. Okay, cool. Okay. Du lädst den gleichen einfach normal, ne? Ja. Das Geile bei dem Spiel ist ja, dass man, äh, tatsächlich erst speichert, wenn man wieder schläft oder bewusst speichert und so einen Speichertrunk trinkt. Ich scheiße heute in eine Truhe. Ich will mal auch dazu sagen, das muss möglich sein. Also, die Aufgabe ist zweierlei, ähm, auf zweierlei Weisen. Lösbar. Jetzt haben wir die Ehre, einen weiteren Freund unserer drei Runde präsentieren zu dürfen. Einen riesengroßen Applaus zu Mr. Dan to the Ansel. Herzlich willkommen, Dan. Yes. Boah. Applaus. Danke. Ich hätte vorher nicht die Wurst essen sollen. Aber wir haben das Spiel schon gestartet und es, äh, könnte theoretisch losgehen. Wenn du mir nochmal den Dings aufmachen könntest zur Orientierung. Ja, natürlich. Natürlich. Achso, müssen wir nochmal neu speichern, ne? Genau. Speichern wir nochmal schnell. Das sind sogar sechs Punkte. Ich hab gesagt fünf, weil ich so dumm bin. Das ist einfach schlimm. Das ist einfach schlimm. Und, ähm, wir sind jetzt hier wieder in Litschenko als diese kleine Stadt. Mhm. Und sobald mir die Regie Zeit gibt. Ja, wir zählen dich rein. Ja. Zählen dich rein. Zählen dich rein. Zählen dich rein. Drei. Zwei. Eins. Du es. Okay, ich geh los. Ich mach die Tür auf. Achtung, gleich wird's heller. Ja, genau. Ich muss direkt gucken. Ich muss alles klauen, was du jetzt machst. Es ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich bleib jetzt einfach mal bei Nacht. Guck mal, wir waren da schon überladen. Oh nein. Ja, genau. Mal starten überladen. Als kleiner Schwierigkeit. Guck mal, er geht nachts los. Ist natürlich schwieriger dann mit der Orientierung. Genau. Guck, wie merkst du das, wenn du da rauskommst, rechts. Und nur diesem Weg folgen hinter dir. Wie viel zusammenarbeiten? Naja, das hab ich bei euch auch gemacht. Ja, ich weiß. Ich hätte dir die Tipps auch gegeben. Ich weiß. Sehr cool. Das war gar nicht dumm von Walle. Aber warum machst du's auch, als er es ist? Weil ich ja dumm bin. Ja, cool. Mega dumm. Ich hab auch wirklich vergessen, wie das in dem Spiel mit dem Kopfgeld läuft. Also ob man das dann nur in der Area hat oder ob einen überall die Wachen anflanken können, weil die haben mich ja in der Großstadt dann nicht konfrontiert. Nein. Oh, ich bin vom Pferd. Er hat mich, ich bin vom Pferd gefallen. Du trinkst gerade Wasser. Ich krieg einen Punkt. Ich trinke Wasser. Oh, zwei Punkte direkt. Warte mal, der Typ ist noch nicht tot. Ah! Aber du bist rausgefallen. Du bist runtergefallen. Das ist korrekt. Ja, genau. Den gibt's schon mal. Mach ihn kaputt. Schnell hoch da jetzt. Aufs Pferdchen. Hackeball, der kann auch nix. Hackeball. Ah! Ah! Geil! Ah! Ja, das wird nix. Ah! Schnell weg! No, 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 no! Komm! Mein Pferdchen! Brrrr! Oder wie macht man mit so einem Pferd? Brrrr! Ja, klar. Das finden die geil, die Pferde. Die lieben das auch, wenn man den Pferde schweift und den Kopf legt, dass man so neue Haare kriegt. Aber getötet hat er den jetzt nicht, oder? Nee, getötet habe ich nicht. Aber ich bin vom Pferd geschweift. Den hast du schon, genau. Ja. Aber sehr interessant, dass wir da unterschiedlich ... Aber warum fängst du denn überladen den Kampf an? Weil ich auch ... Ich wollte es euch ein bisschen schwer machen. Ja, aber ich selber ... Okay. Okay, pass auf. Ich schmeiße weg. Ich brauche irgendwas. Irgendwas brauche ich nicht. Hier, Rüstung. Hier. Komm her! Eisenhut! Brauch kein Eisenhut! Eisenhut, glaube ich, sehr schwer. Immer auf dem Kopf. Drei Kilo immer auf dem Kopf. Jawoll. Manchmal starte ich das Spiel einfach nur in Spannung, um in einem dieser herrlichen Birkenwälder einfach eine Runde zu chillen. Ich verstehe dein Problem. Nee, das ist kein Problem. Doch, doch. Ich verstehe das. Das ist mein Leben, Kogen. Das ist doch kein Problem. Ey, manchmal stelle ich mir Tony Hawk an und hänge einfach nur rum. Ohne zu skaten. Einfach nur so cool an der Seite stellen. Ich verstehe das komplett. Geil. So, ich bin gleich an der City. Ah, du reitest in den Tag rein. Das ist schön. Und, ähm ... Aber das ist unmöglich für mich zu finden. Aber ist egal. Scheiße. Wo muss ich lang? Wo ist die Brücke? Bei dem Weg helfen wir die Orientierungstechnik. Sonst ist es ja auch ein bisschen leer. Eine Frage hätte ich. Ist das für dich die nächste Stadt? Ist das so weit auseinander? Kann man nicht einfach wie in anderen RPGs einfach ... Du kannst M drücken. Und dann siehst du hier die Map. Und dann kannst du ... Das ist ja mega geil. Ja, das angucken. Du kannst da auch schon hin ... Hier sind wir gestartet. Und jetzt hier hin. Du kannst ja ... Ja, genau. Scheiße. Ich glaub, du kannst ja auch hin schnell reisen. Aber auch das dauert. Scheiße. Also es ist nicht so zack, sondern du guckst der Schnellreise zu, wer diesen Weg geht. Also es ist, glaub ich, ein bisschen schneller, aber ich weiß gar nicht, ob unbedingt viel schneller. Okay. Okay. Und trotzdem hast du die Gefahr auf dem Weg von Vaditen überfallen zu werden. Ach, das ist das Pferd. Überfallen zu werden. Okay. Genau. Man kann auch schnell reisen. Da hast du vollkommen recht, Walle. Und, ähm ... Walle hat das schon ganz gut gemacht, aber pass auf, wir machen das jetzt anders. Ja, spannend, ähm ... Dass ich ihn schneller als bin. Das wär viel ... Schlauer, glaub ich. Ja, jetzt wird es ja ... Ups. Beim nächsten Mal können wir das. Genau. Ja, da ... Da bleibt doch der Chat. Wäre schneller gewesen. Wobei, wenn aber bei Deaton kämen, wäre die Ladezeit, die dazwischendurch noch mal dazu käme, eventuell ... auch sehr lang. Ja? Mhm. Aber du kannst doch jetzt schnell reisen. Ich könnte jetzt schnell reisen, aber ich will jetzt erst mal mit den Supermädchen ... Es ist noch zu früh, die machen erst um neun Uhr auf. So ein Scheiß! Hahaha! Komm her! Gewaschen hat er sie. Ich hab mich gewaschen. Wenn auch nur Bauern-Style. Da kommen sie! Komm los, du bist aufgestanden! Scheißegal! Komm, los! Aufstehen! Los geht's! Los geht's! Ich rede nicht lang! Los geht's! Scheiß! Verdammt! Nee, nee, die müssten da erst den Betrieb eröffnen. Richtig dumm! Richtig geil! Okay, ich knack'n Schloss! Ich knack'n Schloss! Oh ja, ja, das ist ... Ich hab'n Schloss geknackt! Nicht schlecht! Das ist die Version, wo wir es schon vereinfacht hatten. Erinnert ihr euch noch an den Skandal, wo es am Anfang unschaffbar schwer war? Aufm PC, aber auf Konsole war's machbar? Niemand erinnert mich! Ich knack'n Schloss, ich Idiot! Du knackst ... Was knackst du denn gerade? Eine Truhe, oder was? Nee, die Schlösser hier! Ich will ein Bett! Ich will schnell schlafen, damit ich die hier nudeln kann! Oh, das gibt's doch nicht! Okay, dann halt nicht! Das ist echt unangenehm, wenn man schon beim Bordell steht, aber keiner will dein scheiß Geld haben! Das ist echt hervorragend! Das gefällt mir sehr gut! Mist, ich hab' nur noch sechs Minuten und was hab' ich? Ein Punkt? Drei? Shit! Drei ist schon ordentlich! Okay, warte! Töte vom Pferd! Das machen wir jetzt noch mal! Nee, warte, das können wir auch später noch mal! Was können wir noch? Was können wir noch? Da waren noch Hühner! Warte, pass auf! Ich geh' wieder zurück! Ich töte einen Huhn! Ach, es gab was mit Hühnern! Töte ein Tier, rechts oben! Mhm! Ach ja! Weil Hühner sind nicht so krass wie Hunde! Das ist okay! Ey, gut, dass du das jetzt machst! Ich hatte mir tatsächlich schon den Kopf gesetzt, dass ich das so löse, dass ich auf die Jagd gehe und ein Reh suche! Was mega dumm ist! Aber auch ein Tier ist vorbei! Ja, ja, aber bis du das gefunden hast! Es gibt über... Ist ein Hund... Also du meinst moralisch, das ist verwerflich, das verstehe ich! Ein Huhn natürlich genauso, aber... Ist ein Hund auch... Greift der auch an? Kommt doch an, wie gut du ihn triffst! Stimmt! Aber so ein Huhn, glaube ich... Kann auch angreifen! Das pickt dich an, aber das ist... Nein! Uh! Aber die interessiert's nicht! Das sind ängstlose Hühner! Das ist auch wirklich ne Challenge im Game! Nein! Irgendwann hat man das raus, aber man hat kein Fadenkreuz! Ah ja, das ist geil! Das macht das Schießen wirklich zu nem wahren Skill, den man meistern muss! Oh nein! Ich hab einen Hundenpunkt! Third try! Geht besser, aber auch schlechter! Kannst du auch auf dem Pferd mit dem Bogen schießen? Haben wir doch gerade gemacht, du! Ach, du bist noch auf dem Pferd! Was glaubst du, was das ist hier? Dann kriegt natürlich... Weil du nicht im Bordell warst das hier! Dann kriegt Denzel natürlich trotzdem den Punkt Töte vom Pferd! Stimmt! Danke, Valle! Oh Gott, das ist nicht definiert, dass da ein Mensch mit gemeint ist! Er hat Leben genommen! Ja, ich hab das kombiniert! Ich bin so krass! Ich glaube, das war ein bisschen aus Versehen, aber man muss es fairerweise geben! Mach noch mehr solche Dinge vom Pferd! Das gefällt mir! Scheiße, warum hab ich das nicht kombiniert? Das gibt mir Hoffnung! Ich bin froh, euch zu sehen! Das gibt mir Hoffnung fürs Leben! Okay, das mit den Hühnern können wir schon mal klauen! Oh! Der wurde aber ungerempelt! Macht nix! Ich hab keine Zeit! Ich muss schnell auf eine Latrine! Wie ist Puff-Besuch definiert? Fragt der Chat! Das geb ich mal direkt rein! Ja, sowohl! Ganz ehrlich! Müssen wir diskutieren, was ein Puff-Besuch ist? Wer möchte das mit mir diskutieren? Was genau das bedeutet? Für meine Einstellung würde ich sagen, man kann sich auch interessieren, wie es da ausschaut! Ganz ehrlich! Geh nach Hause! Geh nach Hause! Ich war mal auf einem Jazz-Konzert in einem Puff! Wirklich? Aber nur auf dem Jazz-Happening! Habt ihr Rusty Trombone gespielt? Nee, das war wirklich merkwürdig, dass das dort stattfand. Aber es war tatsächlich so. Und tatsächlich konnte ich danach erzählen, ja, ich war schon mal in einem Puff! Und als ich dann gefragt wurde, und wie war's, welches Programm hast du gemacht? Ich möchte das Thema wechseln, ey! Konnte ich nur sagen, das Jazz-Programm! Ich hab keinerlei Erfahrung! Oh, na klar! Keinerlei Erfahrung! Na klar, Walle! Mein Kalorienverbrauch kommt woanders her! Ich dachte, der hätte Bier, hatte er nicht! Dann lauf ich hier weiter! Das ist doch unangenehm hier in meiner Skillerie! Es ist wirklich unangenehm, aber mir gefällt es! Diese Sex-Aufgaben hinzukommen! Nein, unbedingt! Dafür schalten Leute ein! Nicht viele, aber auch die Bombe bedienen! So! Hier ist irgendwo ne Latrine! Ach guck mal, das kann man sich jetzt abgucken! Hier ist, ne! Die kacken doch immer von der Mauer! Früher war das! Hier! Ich dachte, man kackt da überall hin! Ach, einfach! Ne, 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 verwechselt das nicht mit dir zu Hause! Wir müssen hier von oben von der Mauer! Ach guck mal, wie schön! Das ist ja richtig gut! Was meinst du, wie geil das ist? Und hast du das mal gehört? Wie sich das anhört? Du meinst was? Wenn warme Kacke dieses Geräusch... Wunderschönes Geräusch! Ja, das ist bestimmt ein tolles Spratzen- und Spratata-Geräusch! Aber, äh, hast du da jetzt... Ich hab einen Punkt gekriegt! Echt? Oder? Kann ich mich nochmal draufsetzen? Okay, pass auf, ich lass mich nochmal rauf! Kennt ihr das Geräusch, wenn brennendes Plastik tropft? Uh! Gepfiffen! Ja, jetzt zählt's! So hört sich das an, wenn man von zu weit oben... Ja, brennendes Plastik tropft! Eins meiner Standard-Geräusche, die ich jeden Tag vernehme! Jawohl! Okay, warte, dann hab ich da... Finde Gemüse! Friss dich fett! Schön auf die Angreifer scheißen! Essen aus dem Topf! Oh! Oh, da ist ja direkt einer! Oh, jetzt werden es aber doch ganz schön viele Punkte! Noch 2 Minuten 40! Aber sei ihm gegönnt! Ja, ja! Sei ihm gegönnt, der Dänsemann! Die Musik ist schön! Okay, ich hab was gegessen, pflück ein Kraut! Sehr geil! Ähm, was war das mit dem Topf? Ach der! Pferd! Ich hab eine Narbe von den Plastikwunden, weil's so geil klingt! Brennendes Plastik auf der Haut, ja, ja! Mein Kind ist! Oh, das sieht schön aus! Sieht sehr schön aus! Der Micha sagt das so, als wär das so absurd, aber wir, die das kennen, wissen das ganz normal! Brennendes Plastik auf der Haut, ja! Hast du nie eine Tüte angezündet? Doch, ich hab alles angezündet! Ich kann alles brennen sehen, ist kein Problem! Und alles klingt schön! Siehst du? Warum gibt's eigentlich noch nicht die große RBTV-Feuer-Show? Ja! Ich hätt' so Bock, mal mit Spielenturz einfach hier irgendwie! Willst du das einfach hier irgendwie? Willst du noch mehr? Ich streue noch mehr Benzin in meine Wunden! Kann wirklich Feuer ist das Geilste! Auf einmal hat sich der Planet gedacht, oh, das ist nicht cool, wenn wir Dinge verbrennen! Hatte der Planet sich ja mal anders ausdenken können! Ja stimmt, das ist ja wirklich eine Frechheit, finde ich auch! Stell dir vor, wir würden alle Klimaprobleme lösen, indem wir wahllos Dinge verbrennen! Das wäre so richtig geil! Oh, Denzin schlägt auf Salat ein! Ja, ich kann den! Ich will den ernten, aber das geht nicht! Ich dachte, ich kann das jetzt pflücken und krieg da meinen Pflückpunkt! Achso, pflück ein Kraut! Pflück ein Kraut, genau! Oh, brennendes hin, pass auf! Das gibt's doch nicht! Verdammte Scheiße! Warum hast du da draufgehauen jetzt? Weil ich böse bin, okay! So, warte, warte, Pfeil ins Knie! Oh ja! Du bist aufmerksam, du studierst wirklich alles, merk ich! Selbst jeden sinnlosen Schlag! Pfeil ins Knie! Wer ist da? Oh! Knöchel! Irgendjemand! Don't! Die hat aber... Die kann nicht mehr gehen! Oder sie ist... Hey! Ins Knie rein! Von hinten geht's auch ins Knie! Oh shit! Warte, aber zeig mal! Guck dir das an! Das kann passen! Guck mal kurz! Das ist so ein Bein! Warde! Und tot! Warte! Sofort! Scheiße! Giftpfeile! Warum bist du mit dem Wartenschuss gestorben, Elsel? Was hast du da für Pfeile? Weiß ich auch nicht! Du hast ganz schlimme Pfeile ausgepackt da! Wie heißt das? Oh Mann, jetzt ist das Ding hier nicht offen! Ich wollte hier ein Bierchen trinken! Ich wollte ein Bierchen trinken! Oh, warte! Töte ein Tier haben wir schon! Okay, gut! Shellshock heißt das! Aber kannst... Oh gut, Chat! Das war halt nicht für mich! Das war... Das ist eine gute Aus... Guck da nicht rein jetzt in den Chat! Das ist mein Chat! Ich hab was gelesen! Das ist Chat! Perfekt! Der gesprangt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was wird gezockt? Der... Ins Knie! Der 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 ins Knie! Yeah! Noch sieben Sekunden! Okay, mein letzter Knieschuss! Die Mucke ist wirklich toll in dem Game! Mein letzter Knieschuss! Komm schon! Und... Komm her! Komm her! Ab ins Knie! Okay! Das war gut! Wie schlecht! Dettel hat ganze... Dettel hat ganze vier, fünf, sechs, sieben! Sieben Punkte! Das bedeutet ein Punkt mehr als unser geschätzter Feind in der Skill-Arena Valentin! Was? Ja, Freund und Feind zugleich! Das ist ja wirklich eine Frechheit! Ich mag es, wenn ihr mich so anguckt, Chat! Dann werde ich immer ganz entzückt! Ja! Ich hab richtig Bock! Dennis war gut! Dankeschön! Kann man nicht sagen! Du bist dran, Michael! Genau! Ich gehe das ran! An! Ich gehe das an, Mann! Und wie immer gilt es zu entscheiden, nach Krogi, das ganze gleiche Reihenfolge von vorne oder rückwärts? Ne, von vorne die Scheiße! Okay! Wie letztes Mal? Es hat sich bewährt! Aber wir können die Frage jedes Mal stellen! Ja, oder? Ja, das kann man jedes Mal klären! Ich mag das schon! Es ist aber, glaub ich, auch je nach Game kann das mal Sinn machen, das so und mal so zu machen! Ja! Okay! Ja, Daumen gegeben! Ich freu mich richtig auf dieses Spiel! Ihr habt natürlich richtig hart vorgelegt! Aber was mich wundert, ehrlich gesagt, wir haben fünfmal Taschendiebstahl, ja? Und du hast gesagt, das macht Bock! Ähm, warum macht ihr nicht alle wie die bekloppten Taschendiebstahl? Ich weiß es auch nicht so genau! Ich hab's erst am Ende, bin ich drauf gekommen, dann hatte ich zu wenig Zeit. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen risky. Weil was passiert, wenn du's halt schlecht machst und dann erwischt wirst, dann kreischen alle in Aufruhr und dann hast du dir so einige Aufgaben verdorben, weil du dann erst mal fliehen musst und fliehen kostet Zeit. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man's nicht provozieren sollte. Oder vielleicht eher zum Schluss machen. Du riechst übrigens gut! Vielen Dank! Das hab ich im letzten Jahr auch schon mal gesagt! Ohne Scheiße! Ja, Mann! So ist der Skill-Arainer! Da gibt's einen Applaus, das dir riecht! Das ist aber auch ein bisschen im Subtext so, endlich mal endlich! Ich hab immer so gekotzt, wenn Balle kam! Aber jetzt riecht er gut! Ja, aber das ist tatsächlich nicht so meine Stärke! Lustig, dass ihr das jetzt schon zweimal gesagt habt! Ihr seid fein! Offensichtlich wollt ihr dieses Sexding auch nach der Sendung weiterführen, oder? Ja! Ja! Mein Body is ready! Ja, ich merk das schon! Das gefällt mir! Das hat mir mein Parfum jetzt monatelang nicht aufgelegt, aber für euch hier! Okay, zähl mich ein! Ich hab Bock auf das Zähm! In drei! Zwei! Eins! Solltest du starten! Ach, I, ne? So, wie krieg ich die Scheiße raus? Ähm... Rüstung! Ich will was raus! Genau, mit X lange gedrücktheiten wirfst du dem Shit weg! Hier, gib den Kuras! Weg mit dem! Genau, drauf und jetzt X lange gedrücktheiten! Ach, X! Ja! Ciao! Sag, wo sehe ich, wie überladen ich bin? Bist nicht mehr überladen! Okay, cool! Ciao! Alles klar! Dann will ich einen Sleepy-Stein haben! Mit E, ne? Ne, wie ist das? Einmal E drücken, jetzt fließen! Genau! Alles klar! Okay! Ich will schlafen bis... Ist es schon um sieben Uhr hell? Acht, ne? Acht, das ist... Siehst du an der Farbe? Ja, genau, an der Farbe! Föhn ist Color-Coding! Ach so, dann ist hier schon hell, ja? Eigentlich ist das hell, genau! Nur in deinem Kapuffnischen! Ja! Aber ich drück ein Auge zu bei Leuten, die Magenta, Pink und Rosalie und da fein... Also ich hab wirklich... Ich war wirklich beim Arzt und der Therapeut hat gesagt, ich hab wirklich ein Problem mit Rotönen! Okay! Das ist richtig gut! Ja, dann gehen wir jetzt raus! Alter, ist die Stauern crazy! Das Geile ist, was die Zuschauenden grade nicht sehen, äh, bei Krogi wird grad der Chat geupdatet! Windows installiert sich einfach mal nebenbei neu! Ey, wie ist, bevor ich Pfeil und so? Der ist weg, aber hier ist er, ne? Hier, wie kann ich das ausrüsten? E! Doppelklick! Jawoll! Ne, so, okay! Ja, reicht, reicht! Jetzt musst du zwei drücken, dann ziehst du ihn! Okay! Ach du, bei der schlafenden Tante ins Knie, das ist mega schlau! Boah, bei schlafenden Leuten! Ey, ich kann mir so viel abgucken! Das ist das Knie, oder? Das weiß ich nicht! Ey, komm, das ist mega ein Knie! Das war voll ins Knie! Das ist mega! Das ist mega! Das ist richtig gut! Voll ins Knie! Das ist voll ein Knie! Nicht abhauen! Oh, Kniepunkt! So! So, was gibt's hier noch? Ich weiß nicht! Kann ich mich hier waschen? 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 Sich waschen? Ja! Sehr gut! Der hat direkt den Waschenpunkt auch mitgenommen! Not bad! Den kriegt er natürlich auch! Oh! Okay, okay! Warte mal! Ey! 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 Lass mich! Ey! Lass mich! Ey! Lass mich! Der hat seine Tante das Knie weggehauen! Kein Problem! Mann ey! Ich will auf mein Pferd! Prügelei, gibt es einen Punkt? Ne, X aufs Pferd! Komisch! Von hinten! Von der Seite steigt man auf! Ja, okay! Genau! Ich will jetzt auf mein scheiß Pferd, ey! Was passiert eigentlich mal tot? Speicherstand neu laden, ne? Oh, oh! Er ist hier schon fast... Ne, er hat nur keine Aussagen mehr. Alles gut! Die schlagen nur zu mir! Jetzt boxen die das Pferd! Ja, pass auf, sonst holen sie dich! Oh, oh! Da sitzt jemand mit! Pferd gefallen! Pferd gefallen! Punkt! Pferd gefallen! Alter, ihr scheiß Affen, ey! Ey, das ist ja komplett geil! Krogi kriegt einfach die Punkte random! Ja, weil das Spiel mich liebt! Mann! 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 Deine Tatte war kacke! Sorry! Geh doch zu früh! Ich kann nicht! Die haben... Das ganze Torf! Nein, Mann! Ich bin in so einem... Das ganze Torf! Ich bin in so einem Schöckel-Scheiß-Kreis, Alter! Du bist überladen! Die schubsen mich! Nicht schubsen! Schubsen geht zu weit! Dann werfe ich jetzt Sachen raus, ey! Krogi, du bist überladen, weil du so verletzt bist! Du musst alles wegschmeißen! Okay! Wie war das nochmal? Krogi, du stirbst eh in drei Sekunden! Spar die Zeit! Ich schmeiß die Scheiße jetzt raus! Krogi, du hast 500 Gegenstände im Inventar! Ja, bin ich überladen! Jetzt bist du nicht mehr überladen! Cool! Wo ist mein Pferd? Mann! Der schubs mich immer! Der hat mich immer an der Schulter genommen! Das ist doch assi, finde ich auch! Schulter geht nicht! Schulter geht zu weit! Ich lad dir schnell! Ja, ist easy! Warte, eh zum Fortfahren geht auch... Ach ne, warte! Ja, lad das schon! Das hat mir aber Spaß gemacht! Crazy Shit! Ich mach so schnell, ich kann, ja! Gibt es einen Punkt? Gibt Tod einen Punkt? Töte jemanden! Ich mich selbst? Ne, selber sterben gibt keinen Punkt, ne! Töte vom Pferd? Na gut! Schade, dass er nicht ins Gefängnis gekommen ist! Man hätte sich ergeben müssen, glaube ich, dann, ne? In der Situation! Ey, aber ich bin zufrieden! Ich bin meine Leistung zufrieden! Ich weiß auch nicht mehr, wie das geht! Leute, drei Punkte! Für keine Anstrengung! Da kannst du nix sagen! Find ich auch gut! Ich mach's aber direkt hier mit diesem vom Pferd töten! Das gefällt mir! Oder Taschendebstahl! Du kannst dir auch noch mal ins Knie schießen, wenn du willst! Das hat gut geklappt! Das war eigentlich schlau, die Sachen, wo man sterben kann, direkt da zu machen! Ja, das Laden ging flott! Das wusste ich auch nicht! Das hast du gut gemacht! Bist auch schnell hochgesprungen! Ja, stimmt! Ehre! Danke! Ehre! Ehre! Ehrenhaft! Hier, wo ist der da? Der schwere Eumel! Wolfenbein schreibt, Karma für die schlafende Frau! Das ist natürlich ungefähr das Gegenteil von hier! Was nehm ich denn gleich? Hier so ein Rabenschnabel! Kann ich mit dem gut kloppen? Rabenschnabel? Ja klar! Ich hab den runtergeschmissen! Ich hab alles verloren! Nochmal! Dann nehm ich den hier! Hab ich das ausgerüstet? Ja, ne? Ja, ja! Der ist schon ausgerüstet! Und das ist dann eins, ne? Ja! Das ist eins, richtig! Okay, öffnen! Ich bin natural in diesem Game! Man merkt das! X! Das ist wirklich ne Taste, die mir eben... Also, aus vollem Ritt braucht man eigentlich auch nur ein, zwei Streiche! Dann sind die... Ja! Wir haben das beide ein bisschen schlecht gemacht! Ja, ist richtig! Aber gibt's so'n Typ, der ganz einsam irgendwo lebt und wo keine Wachen sind? Keine Ahnung! Das ist ein Mittelalter! Die sind alle recht einsam, glaub ich! Ja! Das sind ja Wachen! Guck mal! Warum hat dieses Örtchen denn eigentlich Wachen? Naja, das ist halt nicht Skyrim so! Das ist so... Da gibt's so'n paar Dörfer und da leben nicht überall so Trolle am Wegesrand, sondern es gibt halt die paar Dörfer und die sind natürlich zivilisiert und gut bewacht! Aber es muss doch irgendwo jemanden Supergebrechliches geben! Einen alten Mann, der nicht mehr viel kann! Naja, das Ding ist, in den Häusern, das sind ja auch keine... Wir haben ja keine Scanvision! Wenn du hinter ner Wand bist, dann sehen die Wachen erstmal nicht, was du tust, solange du nicht dabei erwischt wirst! Also, das Spiel versucht sich... Oh, ich hab's wiederum geschmissen! ...serialistisch zu sein! Ich hab, glaub ich, den Fall... Du hast nach nem Bogen! Ja? Du hast zwei Bögen in dem Tag! Okay, cool! Cool! Ich wusste, dass du einen wegschmeißt! Okay, danke! Ich wusste, dass du einen wegschmeißt! Ich wusste, dass du eine komplette... Ich wusste, dass du eine Behinderung hast mit Bogen! Das ist kein Problem! Oh, der Hund wird... Oh, Krogi, es gibt so viele Tiere in dem Spiel! Du kannst den nicht so tief auf dem Pferd! Auf dem Pferd ist enorm schwierig! Der Hund weiß es nämlich! Der Hund hat sich direkt... Krogi, bitte nicht den Hund! Man kann nicht... Oh! Ins Knie, oder? Er ist tot, glaub ich! In die Hüfte! Hä? Ich musste ihn töten! Für die Punkte! Scheiße! Ich musste ihn für die Punkte töten! So eine Aufgabe um deinen Charakter! Ey, das ist mir scheißegal! Das ist jetzt Kill Arena! Hier geht's nicht um Ehre! Doch, doch! Das ist jetzt wirklich die unangenehme Ausgabe! Skill Arena, wo es zu weit gegangen ist! Und die von YouTube-Proton ist es! Und dann sagen so, Sammler hinterher! Wisst ihr doch, die Folge 4, 5? Sammler! Sammler! YouTube-Sammler! Komplett perverse, meinst du! Okay, machst du das Tier-Ding noch? Ja! Die YouTuber! Genau! Irgendwie hier auf dem Feld muss ein Dulli sein, der einfach hier arbeitet! Auf den Wegen, findest du Leute! Ja! Felder siehst du ja, da ist ja nichts gewachsen! Warum sollte da einer arbeiten? Turbursche! Ich geh jetzt raus! Das macht ja nur Bock, dieses Spiel! Oder? Können wir das nur noch spielen? Ja, ich könnte das den ganzen Tag spielen! Ich könnte das auch die ganze Zeit spielen! Ich hab direkt Bock auf einen neuen Run bekommen! Du warst ja vor allem noch nicht in den Wäldern! Dann geht's dir so gut! Besser als würdest du Urlaub im Harz machen! Aber es gibt nicht so Fantasy-Elemente, ne? Nein, überhaupt nicht! Und das ist das Problem des Spiels so ein bisschen! Weil es ist cool, weil es das so konsequent durchzieht, aber dadurch ist natürlich auch einen kleinen Tick langweilig, wenn du keine Drachen hast, die du finden kannst, keine Schätze hinterm Wasserfall, keine Höhlen mit Schatztruhen, sowas gibt's ja alles nicht! Aber gibt's einen Nude-Patch? Ähm, bestimmt! Wie weißt du das? Also das gibt's ja für alles! Okay, meint ihr, das ist eine gute Idee, ne? Wenn das von Piranha Bytes entwickelt worden wär, wär das das beste Spiel der Welt! Vielleicht können die noch so ein paar Sprachfalls drüberlegen! Oh ja! Ey, ich find das aber ganz geil, dass es in dem Spiel keine Fantasy-Elemente gibt! Ich fand das mal erfrischend vom Setting, dass es halt eben sich eine echte Epoche rausnimmt und da einen realistischen Anspruch drauf klatscht! Ich weiß noch ein bisschen, was du meinst! Das hat dadurch natürlich seine Limitierung, aber es war so erfrischend, mal was ganz anderes zu sehen! Ja, total! Ich auch nicht! Ich hab keinen Plan, aber ich könnte mir forschen, dass irgendwo Kräuter wachsen! Sehen Kräuter so aus? Das ist tatsächlich ein Gutsch! Das kommt drauf an, ja! Also könntest... Wo es einen Busch gibt, gibt's in der Regel auch mehrere! Ja! Das sagt man so unter Alchemisten! Das sind Tannen, du, ne? Aber das hier, also was sind denn Kräuter? Wie sehen die denn hier aus? Die können hier so sein, ja? Du, keine Ahnung! So sein, du! Ich hab das aber auch vergessen! Lang kein Kraut mehr gesammelt! Guck mal da! Das, was das? Das sind Tiere, die man hätte killen können! Zwei, was das? Die nicht ganz so ehrenlos gewesen wären! Hä, wieso? Die sind doch viel geiler als ein Hund! Guck mal, wie verliebt die durch die Beide spielen! Das ist wirklich sweet! Nee, die hätte man nicht... Der Hund war eins, der war alt! Der hatte schon so Arthrose! Arthritis! Hundearthritis! Ich hab dem Gefallen getan! Wunder oder nachgetan? Ich weiß nicht, ich suche jetzt Kräuter, ne? Suche Kräuter, ja! Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll! Deswegen finde ich das schon ganz gut! Ich wollte auch nicht jemanden... Ich hatte ja eingangs gesagt, diese Stadt, wenn man sich an diese Stadt hält, das, was du machst, ist jetzt in den Wald zu gehen! Das ist im Grunde genau das Gegenteil von dem, was ich empfehlen hatte! Ja, das ist korrekt! Aber wir wollen das auch sehen! Das hier ist dann... Okay! Krogi sucht ein Kraut! Sieht man jetzt mal den Wald und die Natur, weil das ist die klare Stärke des Spiels! Das stimmt! Fun Fact, das sind die originalen Hype-Maps! Ja, aus der Region, wo das spielt! Höhen im Mittelalter, heute irgendwo Polen, Tschechien, irgendwo da, weiß ich genau, wo das ist! Du meinst Topografie oder was? Genau, genau! Also die Hügel sind exakt genau so noch vorhanden! Okay! Ähm... Ja klar, wo sollen die hin? Ist das ein Schatz? Also für mich ist das... Das ist kein Schatz, ne? Das ist kein Schatz, ne? Oder meinst du, die Entwickler haben extra... Werde du'n! Werde du'n! Warte, ich hab doch so viel Shit! Ich hab so viel Kram! Leute! Billiger Wein! Haben die Entwickler extra Wert drauf gelegt? Warte! Genau, genau! Das war Teil der Crowdfunding-Kampagne! Warte! Billiger Wein! Wo ist Nahrung? Edler Wein! Ähm... Unbekannte... Warte! Ja, Krug ist grad verwirrt! Konservierungsmittel! Er nimmt einfach alles! Er trinkt alles! Was machst du denn? Ich hab... Ich will betrunken werden! Ich hab super viel Wein gesoffen! Warst du schon mal betrunken, Michael? Weißt du, wie das geht? Sollen wir dir das erklären? Ich hab wirklich viel Wein getrunken! Aber ich bin nicht betrunken! Oder? Was hast du denn für Wein getrunken? Ja, guck mal doch! Hier das Zeichen links! Ich bin betrunken! Stimmt, Kori ist betrunken! Und der hat das Schweineding! Er hat sich fett gefressen! Ja! Ich hab nicht alles weggesoffen! Mann, ich hab doch... Du hast überhaupt nicht aufgepasst! Ich hab hier einfach einen Fass gefunden, weil alles voll mit Wein war! Ach so! Wir haben über das Spiel gelabert! Kein Problem, ey! Aber es sind zwei Punkte für mich! Zwei gleich? Ja! Weil ich fettes Schweinchen bin? Er hat auch fettes Schwein! Weil ein fettes Schweinchen... Ja, ist aber doch da! Stimmt, okay! Ja, das ist enttäuschend, ne? Das ist Schwein und Dun! Alter! Eine Schatzhöhle! Was geht ab? Schlafen und speichern! Der Chat meint, du bist grad an einem Kraut vorbeigelaufen! Ja? Okay! Keine Ahnung, ob der Chat lügt! Edle Schuhe! Oder ich! Lazarus! Würfeln für ungerade Zahlen! Weiß nicht! Okay, ich bin an einem Kraut vorbeigelaufen! Boah, der Würfel! Da muss ich nochmal hin! Was ist das? Rat dir einen gibt's nicht, ne? Ich bin an einem Kraut vorbeigelaufen! Ja, diese gezinkten Würfel fürs Spielen! Ach, das ist super! Ja klar, doch, du hast recht! Scheiße, ich weiß halt nicht, wie Kraut aussieht! Aber das muss ja hier irgendwo gewesen sein! Ah! Ja, aua, aua! Also hier hab ich gefunden! Da! Weinweih, ist das Kraut? Das ist Kraut! Das ist Kraut! Das ist Kraut! Blaze it, Krubi! For Freddy! Sehr gut! Sorge mal! Gut, mehr kann ich glaub ich nicht machen! Äh, ja, noch eine Minute hast du, ne? Wo ist mein Pferd? Wie pfeife ich das her? Äh, wo ist das mit dem Kraut, du? Pfeifen für das Pferd? Äh, ich glaub auch X! Ja, danke! Ah, da ist es schon direkt! Treuestes Pferd aller Zeiten! Jetzt muss ich noch jemanden töten hier im Wald! Dann war das eine gute Runde! Du hast sieben Punkte! Wie krass du bist! Schon echt nicht schlecht! Ja! Genau! Reiten wir durch den Wald! Aber es kann schon sein, dass irgend so ein ganz verirrter Jammer im Wald ist! Oder ist das ganz unrealistisch? Unwahrscheinlich! Fast unrealistisch, dass du hier irgendjemanden im Wald findest! Ja, manchmal so Wilderer und so! Da ist einer! Ha, 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 ha! Ernsthaft? Schnell Junge! Ja, das sind Wildere! Ja, die kommen aus der Hölle! Das kann ich nicht! Aber viele, viele! Die können nicht... Ich sag, da gibt's keine im Wald und F! Ha, ha, ha! Das ist Gaming, Leute! Genau in dem... Das ist Gaming! So, was hast du denn für einen Punkt? Fünf, vier, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, Das ist keine Stamina mehr, oder? Ja, das war's leider! Deine Zeit ist abgelaufen! Aber ich bin zufrieden! Sie warten auch! Sie haben gecheckt, dass die Zeit abgelaufen ist! Guck mal! Genau! Wahnsinn! 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 Was an Erfolg! Was an Erfolg! Was an Erfolg! Sehr schön! Sehr schön! Du hast ganze sieben Punkte. Hier können wir's uns nochmal angucken. Ja, Töte vom Pferd kriegt er auch, weil er den Hund ja vom Pferd erledigt hat. Ach ja! Der hätte gar nicht mehr die Dullis da killen müssen! Damit hat er im ersten Mal schon einen Punkt mehr als ich, oder was? Nimm das! Ja, und mehr als Dennis, weil Dennis hat auch mehr als du! Es ist ja nur frech! Du bist dich fett! Genau! Es ist nur so fett, was hier nicht! Töte vom Pferd! Was ist das für eine Sendung! Das ist ja nur geil! Ey, ey, ey! Acht Punkte! Acht Punkte! Können wir's nochmal sehen! Aber erlege ein Tier, da musste ich hinzufügen... Bisschen ehrenlos! Bisschen ehrenlos aber! Das ist in Ordnung! Das ist in Ordnung! Aber das Glück war auf meiner Seite! Auf jeden Fall! Ey, das Glück ist mit dem Dummen! Du hast viel erreicht! Glück ist mit dem Dummen! Komm, lass wechseln! Ich muss ganz kurz was korrigieren! Ja, ne! Jetzt bin einfach wieder ich! Ich bin dran, oder? Ach nee, ich hab ja eben angefangen! Nee, ich bin! Bist du hier? Ja! Ach so, du willst? Okay! Ich dachte, weil... Wie guck ich das mit dem Schatz erledigt? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Würfel sind Schatz? Ich hab angefangen, oder? Ihr müsst das... Also, ich weiß nicht, Chat! Ich kann das nicht beurteilen! Ich kenn das Spiel nicht! Aber der Chat-Schatz, Würfel wär ein Schatz! Ich glaube, Denzel hat das aber ja so definiert, dass man die Schatz... Wenn nur, wenn der Chat so ne Scheiße labert, hast du nicht das so einen Punkt? Würfel sind Schatz, seid ihr... Würfel ist ein Schatz! Ey! Es gibt Leute, die sind mit wenig Dingen glücklich! So, weißt du? Das ist einfach so ein Ding... Er weiß nicht, wie man besoffen wird, er weiß nicht, was man Puff macht, ihr wisst nicht, was ein Schatz ist, ja? Letztes Mal wussten wir nicht, was pink ist! Ja, ja! Leute! Was geht ab? Hier auch die Skill-Arena und nicht die Bildungs-Arena! Im Spiel geht das als Schatzschreiben, die Leute! Also, ohne Witz, wer weiß denn hier eigentlich irgendwas? Darum geht's hier nicht! Es geht um die Fingerfertigkeit! Aber wir drei sind auf jeden Fall Schätze, wir drei! Das kann man schon mal festhalten! Wir kleinen, frischen Boys und Girls! Okay! Wie geht raus? Wer merkt? Du bist nur ein bisschen dun! Ja, auf jeden Fall! Punkt ist gern! Sehr gut! Okay! Machen wir direkt mit der nächsten Runde weiter oder wollen wir ganz kurz Luft holen und uns besprechen? Lass uns kurz Luft holen und besprechen! Das wäre eine schöne Sache, oder? Also, zum einen würde ich gerne die Zeit erhöhen, dass wir jetzt von zwölf Minuten ein paar Minuten raufgehen. Ich denke, die Regie wird sich da eine gute Zeit ausdenken, die so schön passt, sowas wie 15. Und dann fange ich hier jetzt wieder an. Ihr könnt wieder abgucken. Denkt dran, ich versuche ein paar Taschendiebe hinzulegen, weil ich glaube, die vier Punkte kann man relativ easy machen, ohne groß durch die Gegend zu laufen. Hier musst du trinken. Wie er einfach anfangen will. Ja, ja. Richtig geil. Er will anfangen, aber er will auch reden. Ja, okay. Keine Ahnung, ich dachte, ich gebe euch noch ein paar Tipps. Aber wenn wir nicht drauf sind, dann machen wir nicht. Nein! Verstrich dich falsch! Ich finde es schön, wenn du sprichst! Ja, aber Walle nicht! Ja! Was ist denn noch mit dem Walle? Gib dir einen eigenen Tipp! Guck mal, Erdbeben bei Walle! Was ist denn los? Ich finde es gut! Super! Ja! Okay, dann haben wir anscheinend nichts mehr zu bereden. Sehr gut! Wie viel Zeit kriegen wir denn jetzt? Guck mal, was die Regie uns gleich serviert. Okay. Irgendwas Leckeres. Irgendwas richtig. Vielleicht ein bisschen mehr. Weil mit euch reden ist ja anscheinend nicht am Ende. Man kann ja reden. Man kann ja ... Du willst klauen, hast du gesagt. Ja. Was ist mit dem Gefängnis? Ist das so ähnlich definiert wie das mit dem Puff? Oder kann man im Gefängnis auch eine Sightseeing-Tour machen? Ähm ... Was steht denn da? Geh ins Gefängnis. Die Führung gab es erst 200 Jahre später. Hast du schon mal erzählt. Kuli für dich, wenn du das Gefängnis findest und hinter Gittern, dich befindest, ohne dass dich jemand anders da reingesteckt hat, kriegst du auch einen Punkt. Eingelockt heißt das. Kriegst du auch einen Punkt, ja. Aber du kannst halt auch professionell eingelockt werden. Kannst du dabei helfen. Ja. Genau. Okay, sehr gut. So, also. Habt ihr die Zeit ... Alles klar, ich muss los. Bis dann. Okay, sehr gut. Und ... Ich denke ... Dann zähl ich rein. Ich würd's mal machen wollen. Ja. Bist wirklich bereit. Luft hast du geholt? Warte kurz. Finde Gemüse frisst sich Fett ... Danny, warte mal. Das ist meins. Das ist deins. Finde Gemüse frisst sich Fett ... Fuff, Puff, Truhe, Pfeil ins Knie. Ey, wenn du aber gleich einen Würfel findest und sagst, das ist ein Schatz, ja? Dann ist hier was los, Alter. Nein. Das ist doch hier schon lange definiert. Schatzpunkt für Kugel. Schreiben wir leider. Egal. Also, das geht jetzt los. Dennis, du bist ready? Ja. Okay. Dann haben wir viel Spaß. In 3, 2, 1, go! Woo! Okay, als erstes drehe ich mich im Kreis und schlafe. Nee, nee, nicht schlafen! Ich wollte ... Ah! Weg, 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 weg! Kannst du ab, wenn ich dir schon mal gut habe. Das hat mir gut gefallen. Nee! Ich will ja nicht pellen. Beidere angenommen. Scheiße! Das ist sehr gut, sehr gut. Herrn Kapos Jagdbogen wird gezöckt. Gespannt! Check eigentlich nur ich das. Was? Was? Das Denzel verdacht hat. Knie! Oh, so ein schöner Knie! Schnell weg. Was sagst du? Nix. Was war der Punkt? Knie ... Hau rein. Genau, hau ins Knie. Hau ins Knie rein. Auf jeden Fall. Hau ins Knie, du Affe. Ja, sie haben am Anfang gesagt, dass sie Schatzkarten meinen. Das ist korrekt. Das muss man Denzel wirklich zugute halten. Auch wenn das Spiel das vielleicht anders definiert. Aber dementsprechend kann dieser Punkt nicht zählen. Wir wollen hier wirklich Fairplay spielen. Ist mir scheißegal, wie das Spiel, der Chat oder sonst irgendwer das definiert. Ich hab die Scheiße hier durchdefiniert. Hört mal auf hier, euch irgendwas auszudenken. Das Spiel kam ja auch nicht standardmäßig mit dieser Bingo-Karte. Ja. Doch, das ist immer Handbuch. Das ist immer dabei. Das ist keine Reiner-Bingo-Karte. So, komm, steck das weg. Sehr gut. Ich wollt eigentlich noch mal pennen, weil dann hätte ich vorab ... Ah, warte. Vor dem Puff pennen. Da kann ich auch noch mal pennen. Oh, ich hab einen mega Plan. Ich reite jetzt nach ... Wie heißt die Stadt? Ratai. Davor schlaf ich bei Müller. Da ess ich was. Da krieg ich, glaub ich, auch noch einen Punkt. Dann geh ich danach in den Puff. Essen hast du schon, aber du musst dich auch fett fressen. Ich hör grad übrigens, dass man die Würfel über die Schatzkarten findet. Aber egal. Ich wollt's nur kurz gesagt haben. Ach so. Ja, komm. Ich weiß es doch nicht. Ich wiederhole Dinge, von denen ich keine Ahnung hab. Das möchte ich noch mal kurz festhalten. Ja, interessant. Ist das eigentlich eine Oblivion-Referenz? Ja, ne? Oder war das Elder Scrolls mit dem Knie ins Pfeil? Das sagen doch die Wachen. Ja, das sagen die Wachen. Natürlich. Sehr gut, Krogi. Sehr gut. 100 Punkte. Oder war's Morrowind? Weiß nicht. Oblivion, mein ich. Ja. Also bei Skyrim gab's das auch. Skyrim. Bei Skyrim gab's das Save. Skyrim am Anfang. Das weiß ich nämlich. Nee, das ist die Wache, die das immer sagt, oder? Ja, die Wache ist das direkt am Anfang auch. Das weiß ich nämlich, weil wir hatten einen 24-Stunden-Stream mal. Reinko und ich. Und da hatten wir einen Trailer gemacht, der sich genau darauf bezogen hat. Ah, ja. Ja, richtig. Diese Puppe. Das ist übrigens ein geiler 24-Stunden-Stream. Das hat Spaß gemacht. Da war Doom noch nicht hier angestellt und hat das schöne Fanart gemacht. Jetzt ist er hier angestellt und macht mir keine Fanart mehr. Scheiße, Doom. Ja, da saß ich auch noch zu Hause und hab das als kleiner Fanboy geguckt. Ja? Hast du da auch Fanart eingeschickt? Nee, ich hab mich zurückgelehnt. Okay. Oh, hier, guck mal. Aus dem Topf essen. Nein, shit. So, ich esse was und ich bin überfressen. Wahnsinn. Sehr gut. Jetzt. Sehr gut, Punkt für das. Äh, jetzt, jetzt, jetzt. Schlaf ich kurz? Ja, das kennen wir noch. Chat entscheidet, gibt's ja auch noch. Äh, fristig. So. Wann ist die durchschnittliche Öffnungszeit eines Bordells? Ich würd mal sagen, so gegen 10. Ja, 9, 10. Oder was sagst du? Aber 10 ist safe auf jeden Fall. Ich dachte immer, bei diesen Dienstleistungsunternehmen geht's darum, wenn die Kundschaft da ist, dann muss man da arbeiten. Hab ich gedacht. Aber du musst ja erst mal da sein. Ey, die haben bessere Gewerkschaften als zu heutigen Zeiten. Meinst du? Stell dir mal vor, das wäre du. Du klopfst deinen Puff und die... Ihr müsst jetzt! Das steht so. Die hätten ja woanders wohnen können. Aber wenn die da sind, sollen die sich... Komm, lass mich laufen, du. Ach so, ich sitz noch. Okay. Das heißt eigentlich, einen Punkt abzugeben. So, ich wasch mich. Ja. Waschpunkt. Waschpunkt. Wie sich alle so ranzig waschen. Ich war schön... Ja, du hast so ein Gespräch. Ich reinige meinen Körper. Ja. Ähm, waschen, waschen, waschen. Der Bingo-Karte steht Nupfteinstand. Ja, aber er hat's definiert. Das muss ich schon sagen. Aber jetzt kloppt euch alle. Chat, kloppt euch. Das finde ich so in Ordnung. Äh, Denzil, du warst schon sauber. Doppel hält besser. Auch hinter den Ohren. Ja, das war nicht für Punkte. Ich wollte jetzt hier... Für Fun. Einfach nur guten Eindruck bei den Zobermädchen hinterlassen. Deswegen würde ich sagen, da ist sie. Die gute Dame, die hier das Ganze melcht. Jetzt wo wir die ganze Zeit über den Puff reden, fragt hier Affe mit Waffe. Geht das eigentlich auch VR? Ich möchte die Dienste des Hauses... Aha. Was darf's sein? Bestimmte Mod. Oha-Cheat-Konsole. Was macht Denzil da? Ich hätte gerne... Du wirst das nicht brauchen. Ja, das ist, wenn wir hier raufdrücken. Dann können wir hier, ne? Sachen reinzippen. Und dann passiert nix. Ah, ja, ja. Gibt auch noch... Hä, die Sounds waren bei mir nicht. Ja, weil du es einfach nicht drauf hast. Weiß nicht... Du musst dich natürlich auch irgendwie... Musst dich auch einstrengen. Denzil heißt in dem Spiel Eros. Das ist einfach was auf sein Ding. So, kommt. Das hätten wir einen Punkt. Ich habe... Gesext. Äh, sehr schön. Ja, den kriegst du natürlich. Dankeschön. Und jetzt lauf ich schnell hoch in die City. Swanky, Swanky hast du. Ist gut. Ich finde das schön, was du eben gesagt hast, Walle. Das wird ja auch noch mal kurz Revue passiert. Was hab ich denn gesagt? Das ist aber auch immer unangenehm. Persönlich hier mit den ganzen Sex-Aufgaben. Hey, Kumpel! Na, wie geht's dir? Ha? Alles gut? Alles gut? Ja? Ach komm, lass mich nicht laufen. Das machst du während des Ganges? Wahnsinn. Du bist ein absoluter... Next-Level-Dampel. Psycho. Und der hat auch nicht viel dabei, das heißt... Eine Brezel und Geld. Genius. Das ist geil. Das kann mir auch in den Taschen schinken. Also E und Q. Und dann... A und D nach links und rechts. Und E benutzen, ne? Und dann zweimal E auf dieses Fensterchen. Du musst hier dann die Item so auswählen. Und dann... Drei Taschen. Und dann kannst du das Item erst nehmen mit E. Hast du einen Punkt gegeben, Taschendieb? Ne, mach mal. Warte ruhig. Dann kannst du's gleich auf einmal machen. Ne, ne. Wir sind hier beim Amt. Hallo, Baby! Oh Gott. Herrgott! Achtung! Oh, frischer Tat ertappt. Ja, dein Pferd... Ich wurde noch nie ertappt. Dein Pferd hat dich gemeldet. Oh, scheiß. Und der da, der Wachmann, der guckt doch... Der hat das einfach gesehen, glaub ich. Ne, 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 ne. Du kannst doch nicht auf der Open Street einfach klauen. Hab ich doch eben gezeigt, wie ihr hier steht. Ja, aber das war noch weit genug weg. Der braucht ne Brille. Ich hab ja wahrscheinlich aus Versehen irgendwo hingefasst, wo ihr das denn irgendwie aufgefallen ist. Da ist die Grenze. Klauen geht noch. Aber übergriffiges Verhalten... Finde ich aber nicht leichter. Finde ich richtig. Finde ich auch richtig, ja. Besitztümer sind auch wirklich nicht so... Nicht so viel... Nicht so wichtig wie manche Leute. Dann ruhig mein Handy. Ja, oder? Das liegt ja hier. Kannst du mir den Priester äh, beklauen? Einfach nur... Das ist auch schön. Vor dem Style. Den Wachmann! Das ist... Eieiei, du! Oh, jetzt hab ich noch nicht viel Zeit. 14 Sekunden. Oh, der hat noch 8 Minuten. Scheiße, ja, ruht das Game. Nein, der macht das gut. Oh, er ist ruhig... Den Löffel noch! Der Löffel ist noch nicht da! Der Löffel! Ah! Er ist ruhig geblieben. Perfekt. Er ist ruhig geblieben. Ich wollte ihn stressen, aber es hat nicht funktioniert. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Ich hab ja schon gegeben. Das musst du abgehören. Schnell meine Meißner-Plattenbeinlinge wegschmeißen. Meißner-Plattenbeinlinge. Weck damit. Weg damit. Braucht keiner. Langsam zittert mein Herz, du. Dein Herz zittert? Ja. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Können wir schon mal jemanden anrufen? Das ist nicht gut. So haben wir... Ob ich das noch eingeholt kriege? Oh! Wenn du das merkst. Vorgelegt. Der ist halt Skill-Arena. Also Dulli-Skill-Arena. Aber das ist halt gut. Ich sag mal so, wenn du nur mit Kreisklassenleuten spielst, ist es trotzdem schwer für einen Kreisklassenspieler auch weiterzukommen. Schließt was ich meine. So ist es hier. Hm. Den hast du dir selbst ausgedacht, den Spruch, oder? Nee, nee. Das ist ein berühltes Sprichwort. Das hat nicht funktioniert. Nochmal. Okay. Hoffentlich sieht das keiner. Ich mein, wer soll das sehen? Kann mal flimmern bei Walle, ja. Das Gute ist, dass sie so ein Kopftuch hat. Das heißt, sie kann keinen Schulterblick machen und sieht Denzel nicht. Das stimmt. Aber vielleicht ein Spiegel da drunter irgendwie, weißt du? Ja. Dieses Holzbrett wegschieben machst du auch mit denen. Das war der dritte Walle. War das der dritte? Ja. Mach jetzt nochmal vier. Ey, das Holzbrett wegschieben ist auch eh, ja. Okay. Das ist aber wirklich ein schönes System. Man braucht tatsächlich Geschick dafür. Ja. Oh, der braucht aber, der braucht aber. Nee, du musst nicht so, das definiert nur die Zeit, die ich jetzt habe. Ach so. Ich kann auch vorher schon, aber dann hab ich, du siehst ja den gelben Zeitbalken hier. Ah, okay. Das sind 30 Sekunden. Das war wieder ein Punkt, Walle. Ja. Und ich glaub einen darf ich noch. Einen darfst du noch. Scheiße. Oh, da werden hier richtig viele abgefrühstückt. So, jetzt mach ich mal nur die Hälfte. Und wobei, guck mal, der ist ganz einfach. Zu hacken. Zu hacken, genau. Hat mal gesehen, dass das viel schneller ging. Okay, guck mal, das war Punkt Nummer fünf. Mega. Sehr gut. Mega. Sehr schön. Schöne Weifel. Jetzt hast du auch den umgedrehten gekriegt. Ja, den umgedrehten kriegt man als letztes. Dann lacht man immer noch so ein bisschen. Haha, haben wir den auch. Sehr gut, sehr. So, was haben wir noch auf Lager? Vielleicht. Doch, man muss alles ausrauben, um äh... Kühl, mach den Verweiler. Er kann den Leuten nicht, er kann er nicht in Ruhe lassen. Muss er mal begrabeln. Knockout von hinten. Jetzt er noch schön in den Hals. Knockout von hinten. Machen wir. Knockout von hinten. Eie. Keiner gesehen, keiner gesehen. Keiner gesehen. Keiner gesehen. Der lag die ganze Zeit da. Ja, Mann. Der war schon... Sehen Sie sich die Maden? Wie viel Zeit habe ich? Fünf Minuten. Das ist echt viel. Das ist sau viel. Er kann fast alle diese Punkte noch machen. Wo ist mein Pferd? Da, sehr gut. Da gebe ich dich geparkt, wusste ich es doch. Okay, ab. Ich versuche noch ein Bier zu kriegen. Uh, das war der Herold, den kenne ich noch. Moin. Oh shit, der hat die Leiche gesehen. Guck mal, wie der läuft. Ja, hab ich auch gesehen. Was war hier los? Der lag da aber schon. Der lag da aber so. Der kennt sich aber auch aus. Straight zum Bier geritten. Schankmalt! Ich hätte sie fast bestohlen. Aus Dankbarkeit. Das sieht aber wirklich sehr abgedrückt aus. Das gefällt mir. So. Warte mal, ist doch Alphabet... Wo ist das... Ah, da ganz oben. Idiot. Drei direkt, schön. Und die waren früher stark. Das konnte man nicht kontrollieren. Die waren das... Die Biere früher waren stark. Äh... Ich weiß das. Geil in alte Zeit noch. Ich weiß das. Handel abschließend. Als sie noch ein Bub warst. Ja. Nein, ich will nicht falsch. Ein dummes... Ich spreche mir den Preis, wenn ich besoffen bin. Ich nehme... Ich nehme drei Bier, aber ich zahle nur eins. Ich bin Stenzel. Und ich trinke ein... Im Herzen bin ich Schwabe. Brauchst du das noch? Wofür denn? Ich kann's viel besser gebrauchen. Hat er das jetzt getrunken? Nee. Wie geht das nochmal? Essen, eh, Junge. Eh. Du kannst Bier nur essen. Ah, okay. Das ist noch so voller Stücke früher gewesen. Okay, ich hab drei Bier getrunken. So, sehr schön. Drei. Und ist auch gleichzeitig drunk. Ich bin Dune? Bin ich Dune? Ja, wobei steht er noch nicht. Das Logo ist noch nicht da. Das Logo ist noch nicht da. Sorry. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf meine Glückssträhne pochen, ja? Ja, na klar. Ihr habt das Logo eben gesehen. Oh, und zwei edle Wein. Wie Zeit hab ich noch? Okay, das schaffe ich noch besoffen zu werden. 3,50. Ah nee, nicht vergessen. Erst in den Warenkorb und dann X. Und dann hier. Und dann da. Und dann da. Und dann Nahrung. Und dann trinken wir den billigen Wein. Der knallt. Den hatte ich eben auch. Ich bin satt, so eine Scheiße. Yes. Fuck. Das ist ja eine komplette. Aber bist du voll? Komplette. Bist du getrunken? Kann ich sie kurz trinken? Dann bin ich wieder. Nein, du bist getrunken. Du bist getrunken. Oh, sehr gut. Ja, du bist getrunken. Kriegst jetzt auf den Punkt. Okay, jetzt wo ist hier ein Schmied? Ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ted, guck dir das an, wie viel da schon grau ist. Ja. Die schwarzen sind die nicht erledigten. Der ist direkt ein Schmied. Währenddessen sage ich aber kurz, dass ich angeblich Schatz Nummer 11 gefunden habe. Ah, das wurde gegoogelt. Das ist nicht richtig geil. Ja, das überprüfen wir tatsächlich noch, ob das stimmt, weil das kann man ja ganz leicht auch herausfinden. Ich weiß nämlich ungefähr, wo du lang gelaufen bist. Beginnen. Das heißt, man kann's auf der Map, da sind ja die Schätze eingezeichnet, auf eine Internet-Map. Können wir's nachvollziehen am Ende. Ich krieg einen Punkt für Schleifen. Oh Mann ey. Oh, jetzt hab ich nicht zugeguckt, wo der Schleifstein war. Der war da einfach. Der war da einfach. Alter, alter. Aber du hast doch bestimmt andere Orte für den Schleifstein. Dennis, du bist hier einfach auf der Highscore gerade. Schlimm gestimmt. Okay, dann lese ich jetzt noch schnell dein Buch. Oh, das war 2,30. 2,30. Guck mal, hier sind die Schätze übrigens. So finden wir den Schatz. Ihr klickt hier rauf und dann kriegt ihr eine Schatzkarte. Und das, was bei dem X ist, da ist ein Schatz, meine Kinder. Ja. Und jetzt versteh ich, was der Chat meinte. Dass du durch Zufall... Ja, ja, das kann sein. Normalerweise sind die aber... Sind die nicht... Doch, doch, das kann schon passieren. Das ist großes Glück. Nur Narren haben dieses Glück. Ja, aber das Glück ist mit den dummen. Offenkundig. Offenkundig. Und ich mach da keinen Hehl draus, sozusagen. Ja? Mythen der Rhetorik. Mein Lieblingsbuch hab ich gelesen und gelernt. Einen Punkt bitte für mich. Oh, sehr gut. Eieiei, das ist... Ey, wieso... Fuck, das in einer Runde, ey. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich hab so Angst. Also, du hättest dich einig mit dem Schatz. Oh, ist das eine Truma? Ja, hab ich auch schon... Oh! Ach so, ich kann mich von Sünden freikaufen. Nee, nee. Okay, noch 1,40 für... Scheiße, wo ist der Truma? Der Denzelstein. Kann das mich klettert hier rüber, du? Nee, es gibt kein Volting. Ich find's sehr geil bei dem Spiel, wenn man sprintet und so eine Kettenrüstung anhat, so ein Kettenhemd, dann hört man das auch mehr so klirren und so. Ah, schön. Der Satz des Bingo-Matte. Der Satz des Bingo-Matte. Meint ihr, das merkt jemand, wenn ich hier einfach stehe und das so... Du da! Halt! Ey, ich mach doch nix! Ey, ey! Was ist jetzt vom Schwarz? Niemand hat gemeldet, dass du Schlösser kratzt. Wirst du im Gefängnis jetzt? Der kann in den Knast noch... Nein! Das ist so geil, man kann einfach mit Redekunst sagen, wie wurde bei einem geheimen Aufdrück verteilt. Hey, wieso kann man nicht in den Knast? Oh, das... Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Oh, doch, er macht's richtig. Einsperren lassen. Genius. In den letzten 30 Sekunden. Genius, das ist... Nein, das ist doch ein Habauke. Wirklich, Genius. Und ich bin im Kerker. Ja, da steht es. Du sitzt im Kerker. Genius. Es ist wirklich... Respekt. Genius. Warte, ich hab noch 20 Sekunden. Ist im Kerker eine Truhe? Alter, wie viele Tage? Sechs Tage! Ist es krass. Aber auch nur ein Einbruchsversuch. Ein Einbruchsversuch, ja. Obwohl, die haben dir wahrscheinlich mittlerweile nachgewiesen, dass du Leuten ins Knie geschossen hast, Leute beklaut hast, die haben das Liebesgut gefunden. Und du wolltest vor Arbeitsbeginn der Prostituierten Sex haben. Das? Und allein der ertote Hund gibt fünf Tage Knast. Ja, wirklich. Den kriegt Kogi ja. Ja, stimmt. Aber den kriegst du ja dann mit. Den muss er hier tatsächlich in Santa Fe bei uns im Reality absitzen. Ohne Scheiß, Denzel. Respekt. Wirklich? Deep, deep. 21 Punkte. Cool. Sehr gut. Weißt du, wie viel das ist? Das ist richtig krank. Zeig's noch mal. Das ist krass. 21 Punkte. Du hast einfach nur vier Aufgaben, die kann man mir mal vorstellen. Du hast einfach nicht 20 Obst und Gemüse gefunden, eine Truhe nicht geknackt, einen Schatz nicht gefunden und einen Pflück einen Kraut. Das ist krass. Wahnsinn. Genau. Das mit der Truhe wäre, glaub ich, noch easy gewesen. Das mit dem Schatz ist schwierig. Kraut pflücken ist auch relativ schwierig. Das ist so eine Glücksnummer, würd ich sagen. Und was war das andere? 20 Obst und Gemüse. Das ist auch viel, oder? Das hört sich viel an. Nee, ehrlich gesagt, wenn man erst mal irgendwo in der Küche ist, dann kriegt man ganz schnell die auch zusammen. Ah ja, okay. So, wer ist das Nächstes? Ähm, Balle. Wladimir, komm her. Ich bin etwas demoralisiert. Das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Aber bist du nicht auch eher so, man ist demoralisiert, ja. Aber ist man nicht auch irgendwie so glücklich? Sagt man, ich war jetzt dabei bei diesem epischen Run? Äh. Nee, auf keinen Fall. Was hast du gemacht? Da stanzelt 21 Punkte. Ja, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab mich abgefuckt und ich saß neben Denzel dabei und das fand ich geil. Nur, dass wir alles einmal durchgehen, weil das ist ja auch unsere Verpflichtung, dass wir auch so einen, soll ich mal so einen, ähm, notariellen Job haben, ja. Ja. Wird gefragt, woher kam Knockout? Also Dennis hat jemand von hinten mit einem Messer niedergestreckt, ist gestorben. Also Knockout ist es in dem Sinne, es ist ein Knockout im weiteren Sinne, muss man sagen. Aber... Ich versteh die Frage nicht, woher kam Knockout? Von hinten? Das ist ja die Aufgabe auf Knockout von hinten. Ja, ich glaube aber Knockout, die Definition als Knockout ist doch, dass man dann wieder aufsteht, oder? Ja, aber wer hat die, wer hat das hier gemacht? Du vielleicht? Ich, oder? Ja. Wer will mit mir diskutieren? Der Chat... Der Chat... ... ... ... Aber welche Farbe hatte das Messer? Sag's mir. Sag's mir. Am Ende rot. Ach, das war so ein Zauberer-Messer, das sich so reinschiebt, wenn du dagegen drückst. Das auch. Ah, verstehe, verstehe. Also nein, da ist ein Knopf drin. Die Messer muss eine 10 cm Klinge sein, und wenn du dann hier rein, dann ist da ein Knopf, ungefähr auf der Höhe hier hinten, hinter den Kehlkopf. Und dann musst du mit mir... Minus ein Punkt! Jetzt! Ich kann's nicht mehr hören! Minus ein Punkt an dieser Stelle! Ich finde auch, wir können ja nochmal den Chat voten lassen, das fand ich jetzt nicht so astrein erklärt, muss ich sagen. Oder aber du machst es genauso nicht, das ist okay, aber im Prinzip muss man da sagen, Mäuschen ist nicht Knockouten. Muss man ganz ehrlich sagen. Okay, dann nehme ich den Punkt wieder weg, da ist ein bisschen was ran. Ehrlich gesagt ging's auch so schnell, dass ich da gar nicht drauf geachtet hab, und ich würde es eigentlich genauso aussehen. Eigentlich war's so gedacht, das ist mal 16. Okay, dann hab ich nur 20 Punkte. Dann hab ich nur 20 Punkte. Nee, 11. Danke. Okay, Valentin, deine sind geöffnet, du hast 6 Punkte. Das ist nicht ganz so viel, aber du hast noch... Wie 20, das ist nicht so viel wie 20. Genau, das ist definitiv nicht so viel wie 20. Du hast aber 20 Minuten Zeit, oder 15. Bist du bereit? Den Frist-Dich-Fett-Punkt krieg ich noch nachträglich, weil wir hatten den jetzt alle bei dem Schwein bekommen. Stimmt. Dann ist es nur fair, wenn ich den auch bekomme, aber ansonsten stimmt das. Okay. Würde ich sagen... Ja, ey, da muss ich sagen, Ehrendensel an dieser Stelle. Knockout-Punkt, zurückgezogen. Ja, find ich auch eher ehrenhaft. Man muss noch mal ein paar gute Wives reinbringen. Und, Denzel, möchtest du, Walle, einzählen? Äh, auf die Plätze, fertig, go! Vielen Dank. Diesmal wird kein Schabernack getrieben. Oh, kein Schabernack? Kein Schabernack? Mhm. Schluss mit Schabernack! So ein Tor hier. F-Ensel. Das ist gut. F-Ensel. F-Ensel? Ja. Der ganze Chat zollt ihr... F-Ensel. F-Ensel und Gradle. Zollt ihr Respekt. Junge, schlaf! Ja. Das ist eine halbe Minute damit, hat ihr das genommen. Voll dumm. Das finde ich gut. Das ist keine Blödeleien. Hier wird jetzt sofort fully focused abgeliefert. Guck mal, schön, dass die aufgestanden ist schon. Das gefällt mir. Stimmt, die ist aufgestanden. Das Schloss knacken. Du musst den Punkt finden, wo das Geld ist. Das ist dein Dieb! Und dann musst du wieder mit D das Schloss drehen. Aber gleichzeitig die Maus mitbewegen. Kann man das Schloss zerstören? Das Schloss nicht, aber dann gibt's dich. Ja, aber du hast genug. Hey, du! Halt! Junge! Steig auf, Junge! Junge! Nein! Junge! Zieh ihn runter jetzt! Achso, ich kann mich hier runterziehen lassen. Nein, er zieht mich nicht. Er schlägt mich nur. Doch, ich bin vom Pferd gefallen. Punktstar. Gib mit meinem Pferd. Ich mag das. Also, ich krieg so richtig Herzrasen, weil er die Tastatur benutzt. Das ist so richtig geil. Wieso? Was mag ich denn? Jeder von uns dreien hat so ein richtig so... Ja, ich bin aber halt auch im übelsten Mode. Ich halte gleich mein Mikrofon dran, damit Leute zu Hause das miterleben können. Das ist so richtig geil. Steig auf! Lappen! Los! Lappen auf den Rappen und los! Rappen! Rappi! 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 Okay, okay. Ich muss ganz schnell nach Rattai. Ich hab noch 13 Minuten. Alles gut. Du hast gar nichts verloren. 13 Minuten kannst du richtig... Zwei Minuten hast du nur verloren. Für einen Punkt. Lächerlich. Rächer das mal hoch. Ja, das sind nicht viele, aber... Dann kommst du gerade und dann bist du bei 18 ungefähr. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das war. Ob man, ähm... Ob man jetzt überall gesucht wird oder nur in diesem einen Dorf. Ich glaub nur in dem Dorf jetzt erst mal. Ja, hat der Chat eben auch geschrieben. Ah, okay. Also sie haben Regionen geschrieben. Also das wird wahrscheinlich das Dorf sein. Ja. Das Gute ist, dass sich das Spiel das wirklich merkt und die Person, die Person die ganze Zeit hier in diesem Spiel bleibt. Die ist da persistent. Und wenn du Schnellreise machst, werden auch alle Personen berechnet. Wenn die zufällig auf der Straße ist, diese Person, wenn du da langläufst, dann ist sie dein Feind und dann... Also das merken die sich richtig und auch richtig schön, also... Das ist geil. Auf Dauer. Nicht einfach nur... Wirklich sehr, sehr geil. Mega cool. Walle sucht Kraut. Aber für Tyrannen war das eine gute Zeit, ne? Da gab es nicht so Nachrichten und so, das haben die Leute nicht mitgekriegt. Ja, aber Tyrannen brauchen auch so ein bisschen das Wort ihrer Tyrannei, weißt du? Man muss ja den Schrecken verbreiten. Das war dementsprechend auch schwieriger. Aber man muss es da jeden Tag sieben Leute köpfen, damit die das mitkriegen. Ein paar Köpfe verschlicken immer. Ja. Welcher des Leans macht das noch gerne? Was ist das denn hier für eine krautlose Area? Krautlos. Krautlos. Absolut krautlos hier. Über die Hecke rübergehoppt. Mit einem Pferd. Ja, ein bisschen Pferdekunstücke. Sehr gut. Da gibt es aber keine Punkte für. Schade. Aber es sah schön aus. Für den Style. Nehm ich mit. Ja, es gibt ein gutes Gefühl. Scheiße, wo ist denn hier krautmäßig was? Das ist doch hier... Der ist doch alles weggelootet. Hey, die Krautaufgabe. Die ist ja wirklich komplett advanced. Ja. Das ist eine fiese Zeitfresseraufgabe. Das ist echt so. Musst du schon sehr viel Glück haben. Und er springt über. Diesmal. Sehr styllos. Wupp. Und durch die Wandel. Aus dem Stand. So. Das hört sich so cool an. Die Hufe auf Holz. Ja. Jetzt hier. Oh, ja. Das hört sich mega. Ich hab voll so eine Kokosnuss im Ohr dabei. War da ein Kraut? Mann. Das kann ja nicht sein, dass es hier keine Kräuter gibt. Was ist denn hier los? Ja. Ey, das ist dein Problem. Ja. Genau. Oh, warte mal. Ich glaube. Ich glaube. Ich hoffe. Ey, ich weiß vielleicht nur so viel Zeit gerade. Wie nennst du das Pferd eigentlich? Junge. Du gehst jetzt aufs Dach. Wieso willst du denn oben? Ich glaube, da war eine Closed-Truhe. Ja. Warte mal. In dem Haus oder was? Da oben ist eine Closed-Truhe. Du willst mich verarschen. Du weißt genau, dass in dem Haus ... Guck mal, wie er das jetzt macht. Er sucht mit der Maus den gelben Punkt. Ich weiß nicht, wie das geht. Du suchst den gelben Punkt mit der Maus erst mal. Dann bleibst du mit der Maus drauf und mit W, A, S, D drehst du das Schloss. Und mitbewegen. Genau. Mitbewegen. Fertig. Okay, ich krieg den Punkt. Ja. Oder muss ich den Scheiß noch stehlen? Nee, ne? Die Closed-Truhe war schon richtig. Die Closed-Truhe gibt's auch noch. Oder? Runter mit dir. Runter mit dir. Ja, gibt's. Runter, runter. Fun-Fact schreibt ein Freund, es wurde tatsächlich auch mit Kokosnüssen der Fährte-Sound aufgenommen. Ach, cool. Ich brauch ein Kraut. Foley, äh, Audio-Ingeniere wissen das. Ich wusste gar nicht, dass es so wenig in der Welt gab. Oder warte mal, man sieht die, glaub ich, auch gar nicht so auf den ersten Blick. Sondern man, manchmal muss man dieses Fähnchen. Erst einbeißen. Ja, das war ja bei mir eben auch so. Ja, ja. Ist gar nicht so leicht. Aber wachsen die einfach random am Wegesrand? Oder muss ich dafür ein bisschen ins Dickicht? Oh, hier. Oh, eine Brändissel. Sehr gut. Oh, eine zweite Brändissel, Leute. Okay, du kriegst einen Punkt für Pflücke ein Kraut. 39. Junge, Junge. So, hab ich schon vom Pferd aus getötet, ja, ne? Ah man, das hätt ich aber auch schlauer machen können. Ja, hast du schon. Das war das Erste, was du gemacht hast. Das stimmt, so war das. Was macht er nun? Er versucht sich die gewöhnlichen Pfeile aus, die sind schon alle ausgerüstet. Du musst nur den Bogen. Du musst es aufstoßen, aber ganz schön derbe. Wenn auf zwei der Bogen nicht kommt, musst du ihn noch ausrüsten. Alter, wie lange braucht der so jetzt? Ja, ja doch, genau. Sehr gut. Nichts für dich dran, sonst kommst du nicht runter. Die Zwingi-Zwongi-Geräusche wurden auch mit Kokosnüssen aufgenommen. Die laufen uns weg, ne, wenn du näher ran. Du hast doch vom Winkel gegen das nicht. Die haben keine Angst, die wissen, er trifft nicht. Yes! Und damit ist das Tier auch nett. Eingegart! Das war's. Er lege ein Tier. Ist eingeloggt. Punkt Nummer 11. Ich muss immer noch über die Kokosnüssen nachdenken. Die haben wirklich Pferden beim Aufnehmen Kokosnüssen unter die Läufe gepackt. Nur ist es. Ausrauben, ja. Aber lasst den Ball immer, Leute. Wer hat nen Plan. Das ist ja inner-city und inner-city kann man super viel machen. Gibt's eigentlich in und um die City rum, kann man all diese Aufgaben hier erledigen. Hey, ist da jemand? Ja, ich. Hi. Gibt's in dieser Stadt auch ein Bordell? Ne, nicht in der City. Das ist direkt vor der City. Ach so, das ist ein kleiner Vorort. Ja, nicht vor Ort, sondern die Bäuerhäufe sind ja meistens so vor der Burg. Mann, nix ist verriegelt hier. Der Müller. Gibt mir ne verriegelte Tür? Der Nachbar von Müller ist der Pusch. Ach so. Wird sich noch ein bisschen Geld haben. Ich glaub, Walle sucht ein Bier oder so. Ne, er will ne Tür knacken, die ist schon offen. Sag mal. Ach, ich, ich verschwende Zeit. Ein bisschen hektisch und jetzt versucht er die laufende Langfingertaktik. Macht er gut? Sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Oh, er will die volle Zeit haben. Kann man in diesem Modus, wenn jetzt die Zeit steht quasi drum herum, kann man da erwischt werden? Nein, oder? Das ist jetzt wirklich so ne... Das weiß ich nicht. Ich, ehrlich gesagt. Es sieht so, als würde ich die Zeit stehen lassen. Du hast recht. Ja, weil er hat sich ja nicht bewegt. Ja, genau. Du hast recht die Zeit stehen. Du hast recht die Zeit stehen. Einen Tassendiebstahlpunkt. Einen Tassendiebstahlpunkt. Du hast schon einen Tassendiebstahlpunkt. Das wäre dann der zweite. Fantastico. Aber du hast noch ein bisschen lustigen Tassendiebstahlpunkt bekommen. Denk ist der letzte. Der bringt 0,1 Punkte mehr. Ja. Ja, lacht man halt. Ja. Das geht sonst nicht anders. Oh, das ist ihr Verderben. Oh oh, sie wird ausgeraubt. Ey, du! Hey, du hast eine Tür geknackt. Scheiße, das ist richtig, richtig bad, dass die mich jetzt hier chasen. Das ist richtig. Mhm. Oh, nee, ey. Aber ich stelle mir das gut vor, wie du dann so schleichende Damen... Was? Was ist das hier? Hör auf, so dreckig zu lachen. Nein, das ist herrlich. Das gibt mir so viel Freude. Die haben die einfach genommen von hinten richtig auf den Kopf drauf. Junge, was? Echt? Ja. Nein. Ey, das ist so schlecht. Guck mal, du blutest richtig ab. Oh, oh, oh. Geh, Junge. Geh, 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 geh. Geh die weg. Oh! So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. So. Ja, was macht der? Das ist die Frage. 4, äh, was? Leg dich nicht mit mir an. Äh, äh, ja. Mir wurde ein geheimer Auftrag. Wie ging denn das hier mit dem... Ich würd fliehen. Flieh in den Kerker. Ähm, wolltest du auch noch den Kerker... Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Ach, Gott sei Dank hab ich das Richtige gewählt. Okay, Punkt. Warte, noch nicht. Kerker? Okay, Kerker, Punkt. Ich wollt den gar nicht jetzt machen, den Kerker, aber... Nee, ist doch taktisch... Oh, was dumm. Ja, war ja auch nicht geplant. Ja, aber... Aber ich muss kurz an Kerker, weil ich nicht so ein krasser Verbrecher wie Denzel bin. Was? Das ist ja mega ungerecht. Okay, das ist geil. Das hast du's gut gemacht. Ich dachte auch, wenn ihr sechs Tage, neun Tage im Kerker sitzt, wird's schwierig. Aber so? Glück. Krass. Ja. Die Flöte ist aber noch gut am Flöten. Die Flöte ist der Hammer. Kerker Flöte. Ja, gut. 19 Stunden. Du sitzt im Kerker. Schön. Mal sehen, wo du jetzt sportst. Hast die eine begrabt? Dann bist du noch da eingebrochen und die sagen, joo, ist ein guter Boy. 19 Stunden, lassen wir mal. Mitten im Kerker. Raus hier. Schnell, schnell, schnell. Öffnen. Was war das denn für ein Kerker? Ich weiß auch nicht, wo der ist. Wo bin ich hier? Hallo. Ah, hier bin ich. Okay. Nein, es ist Abend. Jawohl, das ist gar nicht so ein Riesenproblem. Boah, dieses Spiel ist so schön. Sieht aus wie morgens, wenn im Osten siehst du die Sonne da, bis morgens. Oh, der Herr Pfadfinder. Wo ist denn hier nochmal die Scheißkneipe? Ah, hier. Gib mir ein Bier. Auch morgens ist ein Bier geil. Komm. Ist immer geil. 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 Die Schankenmeine. Haben wir noch eins? Oh, ich hab jetzt Feierabend. Was? Die beiden haben gesagt, ich rede mega gut. Ja, das stimmt. Feierabend gibt's nicht. Nein. Scheiße. Komm, wie du guckst, wie so auf ein Zug. Oh, wo ist noch ein Zug? Gibt's kein Bier? Okay, okay, okay. So richtig gut. Zu früh wie Bier. Das finde ich aber mega gut, dass der Hauptcharakter so ein leichter Dulli ist. Ja. So ein leichtes Milchbohr. Da konnte ich mich wirklich auch gut mit identifizieren. Jesus. Ja. Jesus. Jesus. Das tut mir der Magen weh. Jetzt geh mal da weg. Ist etwas passiert? Ja, du stehst im Weg, verdammt. Go away. Ey, ich hab aber auch Probleme hier mit Time Waste. Ich hab Probleme mit Time Waste. Drei Minuten. Ey, wie kann ich... Drei Minuten. Scheiße. Ey, das ist ja kaum mehr einzuholen. Wie gut Denzel das gemacht hat, muss man auch einfach mal lobend sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass ich bei diesem Spiel krank abliefer. Jetzt dachte ich die anderen Folgen auch. Ja. Ich hab gedacht, ich bin immer voll der Dulli und hab alles gewonnen. Was? Ja, das war rot. Du musst auch darauf achten, dass das Symbol grün ist. Ach so. Ja. Das erste, ja? Das erste. Wo du dir die Zeit erarbeitest. Wenn das rot ist, solltest du schnell die Finger aus der Tasche nehmen. Das ist so ein bisschen random? Oder bin ich da zu nah dran? Nee, das hängt da ganz sofort ab, was das für ein Typ ist. Was der für Werder hat. Ob das eine Wache ist mit super Rüstung. Ach nö. Der war halt rot. Da hast du aber auch keine Chance. Nein, rot heißt, dass er dich einfach bemerkt. Chance hast du schon. Du musst halt nur ganz schnell. Also wie schnell er dich bemerkt. Ah ja, verstehe. Also es kommt immer drauf an. Ich mach ja gar keine Punkte mehr gerade. Das ist korrekt. Aber du hast schon. Du hast nicht wenig. Na ja. 14. Ja okay, dafür, dass du gesagt hast, spielst du das seit vier Jahren ununterbrochen. Hör auf mit der Waffe. Mein Gott. Das wird klappen. Den krieg ich nicht. Ich muss hier irgendwie nur ein Schlafnuss erwischen. Das ist ganz gut wie einfach mein Gott umgedreht. Der will mir doch nicht ins Knie schießen, der Wahnsinnige. Ja ja, aber dieses Bogenspann-Geräusch ist das mittelalterliche Shotgun-Nachlade-Geräusch. Ja, das stimmt. Boah, das war knapp. Das war knapp. Hier! Lass ihn nicht entwischen. Oh. Oh, nicht schlecht. Findest du noch jemanden? Wo schlafen ihr Menschen? Und alle so, Jesus. Das Spiel ist herrlich. Ich feier's derbe. Megageil. Oh, die Wachen sind schon wieder. Ich feier's derbe, das Spiel. Bleib sofort stehen. Ey, ich war das nicht. War das doch gar nicht. War das gar nicht. Ihr habt keine Beweise. Ne, oi. Aber er weiß auch noch nichts. Der Soundtrick. Sehr gut. Der Soundtrick. Ey, ich rennt nur noch rum. Mann, scheiße. Eine Minute. Acht noch. Ich hasse... Nein. Lass mich. Deine Mutter hat das Gesetz besachtet. Jetzt lass mich in Ruhe. Ey, ich werd das safe spielen. Ohne Witz. Es ist aber nur geil. Man kann richtig viel Fun haben. Mega groß und lang. Richtig viel Zweibrand. Ey, alles hat noch zu. Alles ist scheiße. Mann, geh weg. Aber nur ein bisschen rumhängen ist doch auch geil, oder? Du kannst doch nicht wehre dich. Ein Knie hier wegballern. Wir schlagen. Der Kniegeber. Achtung. Er will Knie geben. Töne ihn. Du hast auf Leute geschossen, du Rohling. Du Rohling. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Rohling. Wie viel will der bezahlen? Oh, komm. Fliehen, fliehen. Das kann ich schon tun. Du gehst mein ganzes Geld aus, du Schwein. Ich hoffe, du lernst was raus. Warte, du Rohling. Ja, ich glaube, wir haben 4000 Goldstücke, oder? Alter, ich will jetzt auch ein Schwerter haben. 500? Mhm. So was hab ich noch nie gesehen, so ein Betrag in diesem Spiel. Das war aber ne richtige Keilerei. Ach, ne Dreck, danach verblutet. Okay, sieben Sekunden. Ich hab verkackt. Mann! Mann! Nimm noch mein Blutgeld. Mann! Mann! Ich hasse die Skellerina! Ich hasse sie! Ich liebe sie! Sechs... Neun... Komm, gib mal drauf! Geh mal drauf! 14 Punkte! Bei Valentin. Er hat ein paar leichte Punkte liegen lassen. Seidun ist easy. Geh mal drauf jetzt! Wie findest du das? Bei Falins Knie hat er sich ein bisschen angestellt und Kich gehabt. Das hätte man... Ich hätt mich betrinken können. Easy, ich hätt... Wurde dumm beim Taschendiebstahl erwischt und so. Finde Latrine! Ey, das wär sogar möglich gewesen, das alles noch zu machen. Ich hab mich nur ein bisschen zu hektisch angestellt. Ich weiß auch nicht, was los war. Mann, aber lass uns einmal gucken, ob wirklich alle Pfiffe da sind. Man, Chad, was wird da los, Chad? Der ist wahnsinnig gut. Ja, Chad, sag nochmal, haben wir einen vergessen? Das müssen wir einmal überprüfen. Hat er zweimal Taschendieb gemacht? Beim dritten Mal wurde er, glaub ich, erwischt. Dann kam die Wache und dann ging gar nichts mehr. Nee, ich hab nur zweimal geschafft. Die hat er nicht bekommen. Nee, ich glaub, das ist korrekt. Bier und Dune hab ich nicht mehr gepackt, weil Öffnungszeiten... Ja, die Öffnungszeiten haben mich auch einmal geärgert. Aber bei dir war's ja richtig Pech. Direkt ist ein Kerker und dann morgens vor der Eröffnung erstmal raus aus dem Kerker. Kann nix machen. Da wär ich gern sieben Stunden länger eingesperrt gewesen. Ja! Mann! So, jetzt lass mal hier changen. Changen. Okay. Letzter Durchgang. Ey, bevor es... Ich weiß nicht. Ich glaub, ich hätt schon gern jetzt meinen Schatzkartenpunkt, um echt zu sein. Mein Schatzpunkt. Schmicher eh. Ja, den kriegst du. Der Chatter, das bestätigt. Also, ich glaub auch, ihr seid da real und ich vertrau euch. Aber wir können das natürlich verifizieren noch kurz. Die Zeit hätten wir im Prinzip, um einmal kurz das abzuchecken. Was willst du verifizieren? Dass ich wirklich einen Schatz gefunden hab. Ja, ich verifiziere... Du sagst, ich hab keinen Schatz gefunden. Der Chat sagt, ich hab einen Schatz gefunden, weil es genau ein Schatz ist, den man da findet. Ich verifizier das parallel. Ja. Okay. Welche war's? Schatz 11? Schatz 11! Ey, guck's jetzt an. Ja, guck ich. Okay, check mal kurz nach, wenn dem tatsächlich so ist und du durch Zufall einen Schatz gefunden hast. Ich hab's einfach nicht geglaubt. Ja, weil's krass ist. Ich hab schon kategorisch nein gesagt. Ja, ja. Kannst du's einmal laden? Ja, selbstverständlich. Ich würde einmal E drücken und dann einmal auf laden. Den zweiten nehmen, bitte. Den da? Ja. Und dann geh ich einmal runter und wir laden Latschenko. Okay. Ja, ich glaube an den Chat. Ich glaube daran. Das ist gut. Ich glaube gut. Das ist sehr gut. Der ist auch Realität. Der ist immer Realität. Das würde ich nicht leugnen. Das ist einfach die Schnittmenge an guten Leuten. Schnitt auf Schnitt mag ich sehr gerne. Salami. Fächsten auf Schnitt. Ja. Eigentlich mag ich nur Salami. Es war gelogen, dass ich Aufschnitt mag. Ich mag nur Salami. Ich mag auch gern Kassler, muss ich sagen. Kennst du das, wenn bei der Pizza am Mittagstisch du drei Belege auswählen kannst? Ja. Ich habe mir heute eine Pizza bestellt mit Salami, Peperoni-Salami und Sucuk. Ich muss husten. Du musst husten. Das ist mega gut. Weil ich habe das bei Corle Pizza gemacht. Nur um kurz ... Nee, Werbung ist das nicht. Weil ich musste das so machen, denn wenn man doppelt Käse bestellt, kennt ihr das? Wenn man doppelt Käse beim Pizzamann bestellt, kriegt man immer nur Einfachkäse, bezahlt aber doppelt. Das stimmt. Oder? Da bescheißen ja den Rätsel. Genau. Und das ist auch bei Corle Pizza so. Da habe ich doppelt Käse bestellt. Das war ein Witz. Deswegen kann man nicht machen. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass die Pappe, in der die Pizza geliefert wird, nicht so fettaufnahmefähig ist, dass sie wirklich zweimal Käse draufpacken können. Du, ich habe schon 15 Mal Knoblauch auf meiner Pizza gehabt. Die ganze Packung war nass. Der Typ hat gestunken vor meiner Tür, als er die abgelieft hatte. Und es ging. Also das ist keine Ausrede, lass ich nicht gehen. Das ist keine Ausrede. Na gut, man weiß es nicht. Wala, was machst du da in deinem Cyberspace da hinten? Ja, ich habe das jetzt mal recherchiert. Ja? Ganz kurz mal eben. Ich weiß gar nicht, ob wir darauf springen können. Das ist ja nicht vorbereitet. Weiß auch nicht. Aber hier, das war ja die Höhle, wo die Banditen dir entgegen kamen. Ja. Quatsch. Echt? Und du hast den originalen Schatz aus Versehen gefunden? Ja? Stopp mal ganz kurz. Ich habe eine Frage. Aber die Tür hättest du doch vorher gefunden. Nein, in der Höhle war diese Tür. Da war ich drin. Da habe ich die Würfel gefunden. Jetzt sehen wir das mal ganz kurz. Die Würfel habe ich gefunden. Die kann man sogar schlafen und speichern. Ja, und die Würfel sind tatsächlich ein ziemlich geiler Loot. Und damit ist das ein Schatz. Auf jeden Fall. Krogi kriegt ... Genau das habe ich gehabt. Würfel mit ungraben Zahlen. Stimmt, da ist es. Zack, zack. Hier sehen wir es noch mal. Und am Anfang sehen wir ... Die Karte bestimmt. Die Karte. Und das kann ich auch ... Krogi ist nämlich hier aus der Stadt raus. Und unten am Fluss lang. Und das passt sehr gut, dass es hier war. Also es stimmt. Geil. Es ist bewiesen. Du kriegst den Punkt. Wahnsinn. Wahnsinn. Finde ich krass, dass du ... Es ist eine schwere Aufgabe. Wie geil ist das denn? Dass du die einfach mal ... Ey, ich fühle mich nicht gekriegt jetzt. Ohne Scheiß. Hammer. Es ist ja toll, dass ihr einen schönen Tag habt. Wir verdammten ... Wir verdammten Schatzloser. Damit bist du der Einzige, der diesen Punkt geholt hat. Ja, das ist cool. Es gibt ganz neue Möglichkeiten. Kannst du jetzt mal anfangen? Ja, bitte kurz. Eure Selbstbeweihräucherung kotzt mich nur noch an. Jetzt macht doch mal ein bisschen. Ja, ich will nur ganz kurz lesen. Ganz kurz nur. Äh, Latrine ... Okay ... Ja, es ist einfach viel. Du hattest ... Ich mein, du kannst immer noch Zweiter werden. Falls Kroge jetzt richtig abnibbelt ... Warte, ich guck noch mal. Du, Walle, hattest ja drei, sechs, neun, 14. Ey, ist das deine erste Ausgabe? Es geht la Arena Zweiter. Wer bringt dir nix? Was bringt das? Das bringt dir nix. Was bringt das? Doch, Kroge hat drei, sechs, neun. Neun. Okay, fünf Punkte. Fünf Punkte. Dann ziehst du an Walle gleich. Okay, los geht's. Ja, zieh mich rein jetzt. Ich muss husten. Entschuldigung, lass mich bitte in Ruhe husten. Eins, zwei, drei. Los! Warum ist die auf? Hä? Ach so, das war die andere. War die hier. Immer noch Hunger. So sauer auf dem wüsten Mann vorhin. Dann sehen die mich nicht, oder? Dann sehen die dich draußen nicht, genau. Was hast du denn vor? Knacken. Hä? Was willst du denn knacken? Hey, das konnte ich doch eben ... Wieso konnte ... Stehlen? Warum muss ich die nicht knacken? Warum musste Walle das knacken? Weil die nicht abgeschlossen ist. Hä, das war nicht die ... Das ist eine andere Tour. Glaubst du, das ist die einzige Tour in diesem Spiel? Ach, da ist noch eine. Ja. Ey, doch, das war aber die, die ich knacken musste eigentlich. Ja, das meine ich nämlich auch. Das ist sehr komisch. Nein, du hast die oben beim Müller geknackt, Walle. Ja, ja, wie später. Aber hier wurde ich schon ... Ah ja, genau. Ihm passiert das Gleiche. Ich glaube, du hast sie geknackt. Nein, ich hab die Safe nicht geknackt. Ich hab grad auch nicht geguckt. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Du willst den Gefängnispunkt holen? Ja, mach ich jetzt. Okay. Also, es wird ja wohl gehen. Ähm ... Das, ne? Wie E, ne? Was? E ist richtig. Das ist E-Eingabe. Tja. Also, ich hab nichts gemacht, außer dass ich kurz am Schloss geguckt habe. Dann werden die ja wohl nicht mich lange einsperren. Bewegung. Guck mal, ich hab mich auch nicht ... Ich hab mich sofort ergeben. Ich hab wirklich ein korrekter ... Was war das für ne schöne Zeit, als man so dreckig sein konnte. Und das war völlig normal. 20 Stunden. Das ist wahrscheinlich das beste Outcome für den Kerker. 20 Stunden? 20 Stunden ist okay. Das ist ein bisschen schlimmer als Walle. Bisschen, aber nicht. Aber dafür ist er auch morgens wieder am Start. Guck mal hier ... Ne, um sechs aber auch. Ich denk, das ist auch ne miese Zeit. Ja, miese Zeit. Okay, aber den Punkt nehm ich gerne mit, ja? Okay, du kriegst den Punkt. Gefängnispunkt. Geh nicht über los. 15, 16. Okay. Sag mal, Chat, jetzt reicht's ja. Jetzt werd ich hier gedemütigt von diesen beiden Kontrahenten. Jetzt steh da, weil Walle wie ein Anime-Girl aussieht. Ist er der Beste. Danke, aber jetzt kann ich das als Lob so annehmen. Will man als ... Achtung. Besteuropäischer Mann ... Ich hab ein Buch gelesen, ja? Ich hab ein Buch gelesen. Ach, das weiß ich nicht. Oh, ein Buch, danke für die Durchsage. Mach ich dir einen Punkt. Gut. Also, ich mag Anime-Girls, das muss ich sagen. Aber ich würde selber nicht gerne wie eins aussehen. Nein? Und, Walle, du siehst nicht aus wie ein Anime-Girl. Ach, ja, ja. Mach jemand wenigstens dann so ein schönes Manga-Fan-Art von mir, bitte. Wo ich irgendwie wirklich auch ein bisschen problematisch posiere. Wenn, dann schon mit allem drum und dran. Den brauch ich nicht. Welchen Punkt hast du gerade geholt? Ich hab ein Buch gelesen. Ah, okay. Und davor in den Knast. Ah. Affe mit Waffe sagt, jetzt wird's weird. Erst jetzt? Kann ich bitte raus? Ist doch schon die ganze Zeit weird. Warte kurz. Warte mal, Hilfe! Wie kann ich denn meucheln? Meucheln? Gedrückt halten von hinten. E oder was? Nö, also ... Denkmaus hast du. Brauche ich jetzt eine Waffe, ne? Ja, du müsstest schon eine Waffe haben. Eigentlich hast du aber einen Dolch in der Tasche. Und du wolltest ihn ja außen nocken. Ja. Das heißt, du musst den Dolch eigentlich aus der Tasche wegwerfen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ich ja, wie du gesehen hast, den Dolch benutzt hab. I wie Inventar. Und dann gehst du Waffen. Das ist einfach alles schwierig. Und dann guck mal, ob du einen Dolch hast. Und den wirf mal weg, ob du dann ... Ob du dann ihn außen nocken kannst. Okay. Wie kann ich schleichen? Geht gar nicht. Einfach langsam gehen, ja? Weiß ich nicht. Ja, einfach langsam gehen. So. Du kannst auch crouchen. Lass es schleichen. Das ist zäh wie crouch. Genau. Umhauen. Jawoll, umhauen. Ah nein, du darfst es nicht drücken. Deswegen hab ich ihn umgebracht. Ich hatte den Knopf gedrückt. Mal fallen lassen. Kannst du auch einstecken. Okay, du kriegst den Kugel. Oh, Kugel hat das erfolgreich gemacht. Nicht schlecht. Dankeschön. Ey, so länger dieser Freitag geht, desto abgefuckter werde ich wirklich. Ja? Das sind mehr mehr als gut. Tschüss. Tot ziens. Ich bin doch wieder da. Wer sich durch die Tür sneekt. Und ich geh wieder raus. Beim Rausgehen die Tür zu machen geht in diesem Spiel nicht. Denn man steht sich immer wieder rein und macht die. Ja, das ist wirklich fummelig. Wenn man auf der Flucht ist, dann steht man wieder drin. So, was gibt's denn noch? Äh, ich hätt gern dieses Truhen-Ding. Oben, ja. Hier auch vielleicht. Knackbare Truhen gibt's wie Sand am... Ist hier jemand, der mich beobachtet? Nee, ne? Strand. Ist auf. Boah, wie viele Bücher waren da denn drin? Alle. Die waren ja krass. Das sieht ja so schön aus hier. Kannst du auch eine Fackel in die Hand nehmen? Dann sieht's ein bisschen besser aus. Aber komm. Nimm bitte eine Fackel. Ich geb dir zehn Extrasekunden. Einmal auf I. Dann können die Zuschauer... Sieht viel hübscher aus dann. I und dann gehen wir zur Waffe. Aber ich will die bestehlen jetzt. Und dann Doppelklick auf Waffe. Nee, ich mach sie erst bestehlen. Mach's gleich. Genau, Crouch. Und ganz leise Hinder. Und E gedrückt halten. Und jetzt weiter gedrückt halten. Genau. Und wenn es rot wird, schnell loslassen. Aber sie schläft, deswegen bleibt es grün. Ja. Das Ziel ist gekommen. Sie hat sich in ihren Traum. Das ist das Dumme an dem Spiel. Eine kleine Ungereimtheit bei dem Spiel. Wenn du einen Levelaufstieg hast beim Taschendiebstahl, bricht der ab. Okay, jetzt war's. So genau hast du das gerade verstanden. Du bist ja noch mehr Kingdom Come erfahren als ich dachte. Beziehungsweise als ich. Das find ich krass. Ähm, du meinst wegen dem Abbrechen? Ja, das ist so. Ein Stillpunkt, bitte. Ein Stillpunkt, der zweite Stillpunkt. Du musst nur drauf an, das pulsiert manchmal rot. Und wenn's rot wird, so langsam. Denn irgendwann kannst du sagen, zu gefährlich. Aber die schlafen und da ist es easy. Ey, Krogi macht das aber auch gut, ey. Ja, das Fiese ist sicher so ein Delay in der Tastenbewegung. Das ist auch mit dem Skill verbunden. Je besser man wird, umso schneller bewegt sich. Danke. Zwei Punkte bitte. Ja, ja, ich sammel die. Scheiße, ey. Da wär ich aufgeregt. Oh, guck mal, das ist schon schwieriger bei ihm. Jetzt hast du nur neun Sekunden, das wirst du nicht schaffen. Oh, oh, oh. Nimm dir lieber nen anderen. Ey, grab da mehrmals rein. Oh, 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 oh. Oh, jetzt wird's aber hart. Er sitzt aufs Ganze und gewinnt. Ey, Krogi, heute hättest du mal im Casino sein müssen. Du hättest heute so abgerollt. Ich bin heute noch im Casino. Sehr gut. Drei Punkte für stehen bitte. Drei Punkte für stehen. Drei Punkte für stehen. Sehr schwere Schlossgarten, nehm ich mit. So komplizier. Drei Punkte für stehen. Hallo. Dennis. Ja, sorry, ich bin gerade, was? Die schläft einfach nur auf so ner Bank. Oh. Warum wird's verschwommen? Was geht da los? Bist du unter Drogen? Ähm, ja, du siehst, er ist müde. Ah, kein Essen und so, ja. Kein Essen. Nee, Essen ist, glaub ich, okay. Essen und doch. Müde und Essen. Das ist... Dürfte sich auch auf die Skills auswirken übrigens. Und der vierte Blaupunkt. Nicht schlecht. Sehr schwer. Sehr schwer. Ist noch einer geil. Hast du schon... Also, Jörg. Dafür, dass Krogi der Nicht-Gamer von den dreien ist, macht er die beiden fast in jedem Spiel ziemlich nass. Moment. Krogi ist auch Gamer. Er arbeitet nur nicht als Gamer. Also, er ist Teilzeit-Gamer sozusagen. Das ist eine richtig schöne Definition. Das muss ich bei Twitter demnächst. Okay, fünfter Punkt bitte. Also, der gamet die ganze Zeit in seiner Freizeit. Hallo, fünfter Punkt. Fünfter Punkt? Ja. Fünfter Punkt im Arsch, ey. Jetzt bleib doch mal ruhig. Krogi hat schon viele Punkte. Was muss ich noch machen? Finde eine Latrine. 20 Obst und Gemüse. Ab in Puff. Schwer, das konnte ich schaffen, oder? Knarre in eine Trübe. Schwer, das hab ich. Geil. Okay, such den gelben Punkt und dreh ihn mit. Ja, genau. Jetzt mit der Maus. Die mit der Maus mitgehen. Ich glaub, man schließt in eine andere Richtung auf, oder? Ja. Ist schon richtig. Du musst so. Ja, genau. Dann dreht man Schluss. Okay, hab ich gemacht. Stimmt. Hab ich gemacht. Es ist ja abhängig von. Punkt für Michi. Na, egal. Wenn du auf dem Kopf bist. Nee, wenn du auf dem Kopf bist auch. Nee, manche Schlöpfer gehen nach links. Er gibt mir den Punkt. Ach so, wenn sie falsch an. Ja, ja. Habe ich was zu essen? Äh, ja, Apfel. Gibt mir ein paar Äpfel. Lecker. Gut, geht's besser. Latrinen, die müssen doch auch irgendwo hier mal pinkeln, Leute. Truhe, ne? Hat er ja gar nichts. Truhe habe ich. Und mir fehlt noch die Tür eigentlich. Tür hast du doch schon. Nee, Türknacken habe ich noch nicht. Stimmt, hast du nicht. Das ist die Tür. Ey, Mann, ist das eine Scheiß-Folge, ey. Ist das eine schwere Tür? Der wird auch langsam größer. Unten ist es. Unten. Siehst du? Ja. Ja, guck ruhig, wo er gelb ist, ne? Ja. Hey, Käse auf Blech. Jetzt beruhig dich. Bin ich null Punkte, Walle. Okay, Tür habe ich auch geknackt. Sehr gut. Sind hier die geilen Latrinen? Bin ich hier bei den geilen Latrinen, Leute? Ich sehe keine. Ach, Mann, ey. Die müssen doch wo irgendein... Ich glaube, früher hatte er auch nur der Burgherr, der war so dekadent, dass er sich in der Latrine direkt neben den Esstisch platzt. Die anderen Scheiße. Die haben das da draußen. Genau, die kacken im Garten. Äpfel. Leute. 15 Äpfel schon mal. 15 Äpfel im Sarg, nicht schlecht. Nehmen wir alle mit. Ja, ich brauche noch fünf. Das meine ich jetzt. Wenn man mal Obst findet, findet man gleich genug. Ja, okay. So, nach fünf Obst und Gemüse, dann kriegst du da deinen Punkt aus. Wow. Du hast noch fünfeinhalb Minuten? Ne, ich glaube, dann habe ich eine andere Mission, deswegen gehe ich nochmal hier lang. Oben war ich, war ich hier schon? Verstanden, ist das schlimm? Kann ich da mitpissen? Ne, da geht's raus, ne? Ja, hier geht's raus. Es kann auch sein, dass dieses Gebäude keine Latrine hat, korrekt? Oder ist das Quatsch? Weil hier waren so viele Leute. Ich weiß nicht, in welchem Gebäude du gerade bist, Krogi. Daher kann ich das nicht beantworten. So nehme ich Marvin. So. Sehr gut. Okay, hier ist es doch schon wieder so ein bisschen ordentlicher, ein bisschen königlicher. Wir müssen noch ein bisschen Obst haben. Obst und Latrine. Obst und Latrine für mich. Obst und Latrine. Ich bin noch ein Volldepp. Ach, sei doch nicht so, geh nicht so hart ins Gewicht mit dir. Ne, aber in der ersten Runde habe ich ja schon einen Klau erfolgreichen Liebstahl gemacht. Und da habe ich meine ganze Rüstung vorher ausgezogen. Ja. Und diesmal habe ich das nicht gemacht. Und deswegen wurde ich auch schneller erwischt. Ich habe daran einfach nicht gedacht, weil ich noch so in meinem alten Safe war. Ich bin müde, kann das sein? Genau, du bist kompletter Hanisch. Du bist müde und hast Hunger. Hast du mich gerade als Hanisch beleidigt? Okay, die fünfte merken wir uns, ne? Die fünfte merken wir uns. Ich esse jetzt ein paar. Ja, ja, ich merke mir 15 Äpfel. Okay. Was zu sagen. So, jetzt hast du nur noch zwölf. Elf. Jaja, ich brauche noch fünf. Genau, du brauchst noch fünf. Alles gut. Okay, dann raus hier. Das ist kein Latrinenort. Ich habe die sehr... Also, gut. Das ist kein Latrinenort. Muss man auch mal akzeptieren. Ja. Das kann gut sein. Ich würde das aber auch... Oh, guck mal. Das ist gestolpert. Meinst du, das ist ein Latrinenkorb? Hier rein, bitte. Hier koppere ich, ne? Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Alter. War Johnny eben. Wie tief geht denn das noch? War Johnny eben. Schnell wieder. Tschüssi. Der kennt mich doch noch, dass ich den gedrückt habe. Der riecht mir. Der riecht das. Ich habe das Parfum von Walle. Rugi tritt ein bisschen auf der... Ach, hier bist du. Direkt am Marktplatz. Das ist der Schneider. Also, ich... Ja. Meht nehme ich mit. Aber warum? Das ist kein Gemüse, kein Obst. Wie vielleicht? Du warst auch schon Dune, von daher alles gut. Ich wollte... Noclip wollte ich eingeben. Aber das wäre... Das wäre... IG KFA. Also, ich brauche eigentlich nur Bier. Essen aus dem Topf. Ich weiß halt nicht, wo es das gibt. Bier... Obst, Gemüse. Obst, Gemüse. Obst, Gemüse. Guck mal, siehst du. Ach, sind die schön drapiert. Er stiehlt. Oh. Sechzehn. Siebzehn. Siebzehn. Achtzehn. Das hätte jeder von uns finden können. Neunzehn. Ein noch, ein noch. Und zwanzig. Er hat zwanzig aufs Gemüse gefunden und dafür wird er sterben. Ich ergebe mich und zahle. Ich ergebe mich und zahle. Bei jedem gelernt, dass es geht. Drei. Ich hab das Obst auch nicht geholfen. Ich wusste nicht, dass das da liegt, ehrlich. Das ist ja wirklich das Beste da am Markt. Mit Escape kannst du Zeit sparen, ne? Äh, okay. Verflucht. Hier hast du das Geld. Ich hab mir das Bild gestellt. Ne, sie. Ja, jeder will einmal bitten. Wie sie alle im Bild sein wollen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja. Ja, was hab ich gesagt, ne? Ich bin wirklich ziemlich hungrig, hab ich gesagt, oder? Ja, das hast du gesagt. Du bist sehr hungrig. Doppelklick. Okay. Ja, du hast ... Zwanzig? Du hast genauso Punkte wie ich? Das ist ja herrlich. Ja. Und du hast noch anderthalb Minuten. Scheiße. Also. Warte, warte, warte. Jetzt ist es vorbei mit Tipps. Wie hab ich ... Warte mal. Hier, das muss so ein Schleifstein hier geben. Die müssen das haben. Da ist ein Schleifstein. Hier hab ich so viel Zeit verschwendet. Beginnt. Wieso hat er noch eins zwanzig? Mann. Leute! Das war Glück pur! Aber auch Skill! Warte kurz. Na ja, benutzen die Schleifstein. Wie macht man das, hm? Der Winkel. Mehr Druck. Mehr Druck. Mehr Druck. Reden. Ja. Ja? Ja, ich benutze ihn. Komm. Ich benutze ihn. Ich will kontinuierlich funken sehen. Jawoll. Ja, Kogi. Ah, come on! Alter Schwede. Meine Kollegen sind einfach richtig gut drauf jetzt hier. Ich merke die Stimmung im Raum. Wollen wir mal einen Spin-off machen ohne Kogi? Ja, ist geiler, oder? Diese Skill-Arena mit den coolen Typen Walle und Dennis. Ja. Battle-Arena mit Denzel und Walle. Coolen Typen. Das wird cool. Hast du Bier für mich? Ich hätte gerne noch... Ja. Guck mal, wie er da sitzt. Das sieht irgendwie... Gott sei mit dir. Guck mal tief aus. Hast du... Hast du ein Bier? Nee. Gott behüt' dich. Okay. Ich suche einfach nur noch ein Bier. Dann bin ich einfach funschluss glücklich. Wo könnte man ein Bier finden? Vielleicht in diesem Busch? Ist aus einem Topf. Ist aus einem Topf. Oh, fuck you. Ist aus einem Topf. Fuck you. Ist aus einem Topf. Ich hab aus dem Topf gegessen! 21 Punkte. Oh, je. Ne, 22. Dumm. 10. Er hat aus dem Topf... 22? 22. Er hat aus dem Scheiß Topf gegessen! Ich lache mir eigentlich einfach nur... Stimmt. Und die leichtesten Punkte hat Krogi noch nicht mal. Das ist doch... Es ist doch rickt hier alles. Krass. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Krogi! W3. Da seht ihr Krogis tanzenden Torso. Wunderbar! Herzlichen Glückwunsch. Das ist das allerbeste. Das ist für mich das beste Format aller Zeiten. Wirklich. Guckt euch an, wie glücklich die alle hier sind. Ach, Mann. Ich hätte gerne gewonnen. Dann wäre meine Laune besser. Und dann würde ich jetzt noch was sagen. Da ich nicht gewonnen habe, Krogi rät gut auch jetzt. Ähm, was soll ich sagen? Was sagt denn der Chat? Könnte ich den Chat mal zumindest kurz sehen? Ist der Chat glücklich? Die sind alle mega glücklich und verliebt und... 20 Punkte reichen nicht aus, um Captain Lakotron hier zu schlagen. Captain Lakotron und seine Unlucky-Bagage hier. Ohne Scheiße. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe es noch nie gespielt. Ja, wirklich. Ich habe es noch nie gespielt. Eine Stunde später 22 Punkte. Guck auf mein Steam-Account. Das ist noch nicht mehr installiert. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht. Guckt das rein jetzt. Das ist herrlich. Ja, da freut man sich. Das ist es. Das ist Killerreda. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt insgesamt? Frag ich mich. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt zu, das Dokument. Vier, Leute. Vier. Und da werde ich mir einen schönen Tag für überlegen. Und da kommt ihr alle mit, ihr kleinen Schweinchen. Ach, ja. Dann startet aber irgendwann danach eine neue Staffel. Ja, ich löse alle Punkte ein. Ist okay, ist okay. Also, aber die nächste Staffel ist dann ohne Krogi, wie wir eben gesprochen haben. Ja, das stimmt. Das große Finale, ne? Also, nächste Folge im Puff? Oder wie läuft das dann? Nächste Folge ist dann... Nein, nicht schon wieder so viel mit Sex. Hey, aber ich habe einen Sprinter. Wir können auch Bank-Bass machen. Hä? Gibt's das noch? Gibt's das noch, Chad? Gibt's das noch? Ich weiß nicht. Die Typen sollen bestimmt voll heilt jetzt. Ähm... Sollen die gleichen Mädels? Ja. Leute, wir haben noch fünf Minuten. Ich könnte noch ganz kurz mein Tutorial machen für die Freunde da draußen. Ja! Wie man, ähm, Geld glitscht. Glitsch! Ja, gerne, bitte! Glitsch! Oh, cool! Glitsch! 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 ganz einfach, ganz ohne Cheat, ihr braucht auch keine Dateien und so, einfach einen Kingdom Come starten und dann in Rathai zu den Bogenleuten reiten, da gibt es sowas, da kann man Weltkampf machen. Währenddessen erzähle ich einen anderen Trick, den ich herausgefunden habe und zwar könnt ihr auch, ähm, äh, 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 es gibt Fleisch, das könnt ihr bekommen, indem ihr Tiere sammelt, also jagt und in dieser Mittelalterwelt war das verboten zu jagen, Wilderei nannte man das und, ähm, das könnt ihr nicht einfach verkaufen, ist aber sehr wertvoll, es gibt einen Trick, einfach das rohe Fleiß in, ähm, Feuer rein tun und dann wird das gebraten, dann erkennen die Händler nicht mehr, dass das gewildertes Fleiß ist und dann könnt ihr das einfach für sehr, sehr viel Gold raushauen und hier haben wir einfach mal den Bogentypen, hier unter der Brücke, schön in Rathai, so, da kann man dem mit dem einfach sagen, hier reden. Glück und Gesundheit. Glück und Gesundheit, sagt der gute Herr und dann, ähm, ähm, musst du einen Bogenbeschießwettbewerb machen, aber dafür braucht man natürlich Startkapital, deswegen das mit dem Fleisch immer schön vorher machen, ähm, dann sagt ihr auf jeden Fall, ihr seid mega gut, Meister, da erinnert sich nämlich nur die Länge des Ganzen und der, äh, Betrag, den man kriegen kann, und dann seid ihr auch schon fast fertig, denn jetzt fängt das Bogen, siehst du nur an, so, hab ich mir den Bogen in der Hand, so, und dann müsst ihr nur einmal den Fixpunkt herausfinden, so, so, und jetzt müsst ihr immer nur das Gleiche drücken, genauso gleich lange warten, okay, ich hab's verkackt, äh, aber es ist ein bisschen vor, 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 vor Effekt, so, ungefähr so, aber im Endeffekt, im Endeffekt habt ihr das irgendwann und ihr müsst das nur gewinnen, immer und immer wieder und dann habt ihr auch, könnt ihr das immer wieder machen, seid unendlich Geld, ist das nicht verrückt? Das war mein Tutorial hier auf Shadow Waifu Walle 93, ähm, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal auch in der Skill Arena. Glitch, 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 Glitch. Sayonara. Glitch, 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 Glitch. Wir haben geile Cheats. Wir haben alle lieb. Das war mein Glitch-Sicht hier.